Guten Morgen. Können Sie die Post mitnehmen? Wenn es unbedingt sein muss. Wir sind bis heute Nacht nach Hause gekommen. Ohne spät. Wann fliegst du heute Abend? Um 6. Hast du die Rechnung von meiner Autoversicherung bezahlt? Text erledigt. Mama, hast du Erdungsbutter gekauft? So ein Shit, ich habe gleich eine Klausur. Strafrecht. Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal einkaufen gingst? Wo kommst du überhaupt jetzt her? Von Christian, warum? Der von der Uni? Mit dem grauen Schläfen? Ja, und es war eine geile Nacht. Neidisch? Nein. Ich habe die Klausur schon mal vermasselt. Und duschen muss ich auch noch. Seeberg? Nein, ich fahre in 5 Minuten los. Ja, kann ich machen. Nein, nicht vor 18 Uhr. Gut, bis gleich. Herrgott noch mal. Deine Erdungsbutter bringe ich dir heute Abend. Hallo, Süße. Hast du gut geschlafen? Ja? Ich auch. Wir werden ein wunderbares Wochenende haben. Das ist ein ganz bezauberndes Weißsinn direkt hinterm Teich. Was du anziehen sollst? Wieso willst du was anziehen? Ja, ich hole dich ab, wie verabredet. Bis heute Abend. Ich küsse dich auch. Buongiorno, Enrico. Buongiorno, Signora. Ecco il suo panino. Voila. Bitte. Das sieht aber gut aus. Moment, il caffè. Buone zucca, vima. Sie sind dein Schatz, Enrico. Ciao. Grazie. Arrivederci. Halt, Mama, halt! Ach, schrei doch nicht so. Komm, kannst du das nie. Andere Mutter können das. Ups. Okay. Hallo, Schätzchen. Oma! Stell dir vor, Ton fällt aus. Tut mir so leid, Mama. Aber Katjas Mutter muss heute dringend zum Zahnarzt. Der Hort ist noch geschlossen. Und ich meine, der Babysitter... Kostet einfach nur. Ist schon gut, Kleines. Komm, Anna. Wer ist es denn? Welches Hotel? Für dein Fünfzigsten. Ein Fünfzigsten. Kann man das vielleicht ein bisschen netter umschreiben. Komm, Kleines, fahr los. Dann ist dein Chef wieder sauer. Danke, Mann. Sie ist auch Mucksmäuschen. Ja, Anna. Sie, Bert. Sie, Bert. Hast du das nur angesprochen? Ja, Sie können. Nuss-Vinigrette. Nein, das geht Ihnen gar keinem Fall. Mein Mann ist Aspartiker. Mann. Nein, mein Mann reagiert auf Nüsse mit einem Erstickungsanfall. Denkst du bitte an die Architektin aus München in zehn Minuten? Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn Sie die neuen Menüvorschläge mir einfach durchfaxen würden? Gute Idee. Ja. Auf Wiederhören. Dann, Schätzchen, du kannst hier nicht malen. Geh da rüber an den Tisch. Komm. Ich mag aber hier malen. Nein, nein, nein. Hier. Frau Kaminski, welchen Umständen habe ich denn Ihren Besuch zu verdanken? Ihre Frau Mutter hat mich heute morgen vor die Tür gesetzt. Was ist laut? Ich höre nichts. Du fragst mich, was los war? Hör zu, Mutter. Und überregst du dich auf? Musst du dich immer so aufregen? Mutter. Wir haben jetzt in dieser Stadt fast alle Frauen zwischen 40 und 60 restlos durchgetestet. Du hast die Person eingestellt. Nimm du sie. Sie hat mich heute morgen aus dem Tiefschlaf gerissen. Aus dem Tiefschlaf wann um zehn? Der Kaffee schmeckt wie kalter Fisch. Kaffee? Nee, du sollst überhaupt keinen Kaffee trinken. Und außerdem um halb elf sollst du deine Tabletten nehmen. Aber wie du möchtest, Mutter. Im Alberto-Stift wird sicherlich bald ein Zimmer frei. Das weißt du sehr genau. Weißt du, was ich glaube? Du wirst alt und unerträglich. Ich gehe in kein Heim. Ich komme doch sehr gut allein zu rechnen. Johannes? Ich komme gleich. Ready? Isst was? Was ist denn mit dem Nudelauflauf passiert? Den hat Papa gegessen. Ich muss los. Ich schlafe heute noch bei Christian. Tschüss. Ähm, wie ging's denn mit der Klausur? Restaurant? Seeberg? Pardon, wie war noch mal der Name? Vandenbroek. Aus Holland? Ach, das nette Wochenendhäuschen. Wie? Bei meinem Mann und wer? Ich? Das habe ich ganz vergessen. Neue Matratze. Schön. Und der Schlüssel liegt beim Kaminholz. Gute Idee. Ja, dankeschön. Auf Wiederhören. Die bringt was los. Auf der Hose vom hellen Anzug ist ein kleiner Rotweinfleck. Vielleicht könnte die irgendwer in die Reinigung bringen. War was? Ob was war? Nein. Nur ein Anruf wegen meinem Geburtstagessen, weißt du? Nimm dir das Wochenende frei. Entspann dich. Reicht doch, wenn ich durcharbeite, hm? Viel Erfolg in München, Johannes. Ich ruf dich an! Wie hatte sie denn diesmal? Siebzehn? Du mieses Dressen! Du mieses Dressen! Du mieses Dressen! Wiesst nicht du, Neuzin. Hast du wohl geredet? Hersend. Musik Musik Buongiorno, Signora Signora Buongiorno, Enrico Vergessen Sie es Wie bitte? Nicht von keiner hohen Klippe springen Ich habe es probiert Mit Baden im Whisky habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht Frühstück? Na, kommen Sie Kommen Sie Nein, danke, ich Ich komme schon alleine zurecht Wirklich Sie macht dann doch keine Unfug, nicht? Unfug? Ich? Ich bitte Sie Das habe ich doch längst hinter mir Verstehen Sie, es ist aus Immer wieder habe ich ihm verziehen Immer wieder ich, seine wahre Liebe Keine andere bedeutet ihm so viel wie ich Dieser Schmus Fällt euch meiner dennis Originelleres ein? Ich mache Ihnen Kaffee Betrügen Sie Ihre Frau auch? Meine Frau hat mich verlassen vor sechs Jahren Jubische Wohnung haben Sie hier Wirklich keinen Zucker? Nein Doch Einen Löffel Nein, zwei Vielleicht Ist Ihre Ehe Ihre Liebe Vielleicht ist das alles zu Zu was? Zu elastisch Ja Sie lassen sich, kann sein Zu viel gefallen Wer verlässt morgens als Ärzte das Haus? Sie Wer arbeitet hart und kommt müde zurück? Sie Und wer geht für die ganze Familie einkaufen? Auch Sie Die Mülltonnen zum Beispiel Ihr Mann hört keinen Finger Sie stellen sie raus Jede Woche Immer wieder Und er denkt nicht dran Oder das fährt Ihre Tochter Sie stellt es direkt vor ihr Auto Ohne Rücksicht Jeden Tag Ich muss gehen Und spannen Sie mal aus Ausspannen Wie denn? Enrico Sie Seien Sie Also nur für den Fall Würden Sie mich vielleicht, ich meine, würden Sie mich Was? Begleiten? Boim? Nizza zum Beispiel Oder kennen Sie Capri? Das ist sehr schön Das ist Strand, Meer Ich bezahle auch alles Es ist kein Problem, ich mach das Für den Laden finden Sie doch sicherlich jemand Und ich dachte auch, das wäre für Sie Wozu? Wozu? Na ja Urlaub? Vergessen? Sie sagten doch, ich solle ausspannen Ich muss raus hier Mir wird das hier alles ein bisschen zu Na ja, ich dachte Sie wollen es im Heim zahlen Sie wollen sich rächen mit mir an ihm Aber ich dachte doch nicht Ich bitte Sie, Signora Sie brauchen doch nur mit dem Finger zu schnipsen Schon springt ein Garten aus der Hecke Danke für Ihr Angebot Schlafen Sie eine Runde Sie sind ja ganz erschöpft Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Ja? Was? Welcher Tischmuck? Was ist damit? Nein, 50 Rosen! Nein, nein, nein Lassen Sie mich den Tischmuck machen Ich kümmere mich darum Ja, bitte Wiederhören Ich will niemals sehen Ich will niemals sehen Komm ja Hören Sie, vergessen Sie sie Es war nur so eine Idee, weil ich nicht gern allein Schwamm drüber Ich wollte Sie nicht verletzen Wann? Morgen? Was morgen? Capri Zu touristisch Am Alfie Die Maschine nach Neapol geht morgen um 12.20 Uhr Am Alfie Nicht gut Doch Schon? Mama, spinnst du? Wo willst du denn hin? Was ist denn Papa davon? Papa? Das ist alles organisiert Mein Büro übernimmt das Ausladen der Gäste Wenn ich zurückkomme, feiern wir einen kleinen Preis Hitzewallungen? Zum Nachtisch gibt es Sorbeto-Champagne mit Mandelkrapfen 70 Gäste sind geladen Und du willst jetzt kneifen? Mutter Du nimmst deine Pillen Die gelben und die grünen vormittags und mittags die roten Meine Tochter hat den Verstand verloren Ja, das brauche ich nicht mehr Aber wie sollen wir dich erreichen? Anna Du passt auf deine Mutter auf Oma Nimm mich doch mit Sie hat den Verstand verloren Sie hat den Verstand verloren Bei uns geht's da runter Da war ein Schild Wir müssen da Schild für Touristen Hoher Touristen fahre rechts Wenn das Meer links liegt Avanti Barbara Kommen Sie Wenn wir diese Fähre verpassen, müssen wir hier übernachten Ach Enrico, mein Schuh Aber was machen Sie denn da? Mein Schuh Wir müssen uns beeilen Ach, mein Schuh Ich bitte Sie Die Fähre geht gleich Jetzt kommen Sie schon Beeilen Sie sich doch bitte Erreuen Sie Wie kommen Sie darauf? Wann waren Sie das letzte Mal allein? So wie jetzt? In Urlaub? Ohne meine Familie? Nie Barbara Das ist der Manfred Das ist der Manfred Das ist der Manfred Sie Das ist der Manfred Das ist der Manfred Ein bisschen Wie kommen Sie? Ein bisschen Das ist der Manfred Wir haben gleich morgen einen Termin beim Notar, Enrico. Moment, Moment. Barbara, warten Sie doch. Könnte es sein, dass das gerade Ihre Mutter war? Und Ihre Schwester wahrscheinlich. Und Ihr Bruder, habe ich recht? Aber nein, nicht mein Bruder, meine Sparke. Ach, das ändert natürlich alles. Sie haben mich reingelegt, mich benutzt. Ich benutze Sie? Ja, Sie locken mich hier nach Italien, in dieses Café. Und was machen Sie? Sie besuchen Ihre Familie. Heimaturlaub auf meine Kosten. Ich spendiere das Flugticket, die Fähre und Ihr Hotelzimmer. Ich bitte Sie, Sie wollten doch als über Kopf weg. Aus Ihrer Ehe fliehen, das Abenteuer suchen, die flüchtige Affäre. Schön bitte. Alles, was Sie wollen, aber zu meinen Konditionen. Zu Ihren Konditionen, ja? Ach. Wissen Sie was, das war's. Ich bedanke mich für Ihre nette Begleitung und wünsche Ihnen eine schöne Woche mit Ihrer Familie. Feliz das, Feliz das. Na, seine Frau, lass ist das. Hallo, meine Frau. Enrico. Bravo. Bravo. Prego, bitte sehr. Ihr Zimmer. Ist doch wunderbar. Das letzte, das frei war. Grazie. Grazie. Prego, Signora. Der Balkon, da gibt es ein kleines Problem. Oh mein Gott. Sie haben etwas später reserviert. Leider, ich kann nichts machen. Io sono, Signora Seeberg. Per favore, io voglio un bottiglia di Champagne e di fragule... Wie bitte? Ja? Ach so. Nein, ich hätte gerne eine Flasche Champagner und Erdbeeren mit einer doppelten Portion Pfeffersahne. Ja. Danke vielmals. Äh, Zimmer 308. Dankeschön. Hallo. Hallo, ist ein Sieg Frau Seeberg? Ja. Ja. Die Ehefrau. Siehst du aus? Was ist passiert? Ach nix. Nix Schlimmes. Und wo ist mein Vater? Ach, der ist mit die Ambulance in ein Siegerhaus gebracht. Sein Bein war ganz kaputt. Aber ihr ist nichts passiert. Ihr? Welcher ihr? Oh, dunkle Haare. Lecker Mädchen. Können Sie hier bitte unterzeichnen? Dunkle Haare. Lecker. Und wie alt? 20? War so, oder? Wissen Sie was? Für den unterschreibe ich nicht. Der kann mich mal, mein Vater. Hat sie nicht gesagt, wohin sie geht? Alfredo, irgendwas gefragt? Eine Nachricht hinterlassen? Nein. Alfredo, ich mitte dich. Wo ist sie? Da? Die Nachricht. Eine Nachricht. Und wenn ich die Blumen inzimmer, in ihr zimmer? Ja, ist es unmöglich. Alfredo, die Signora ist wie... Viene sich das Limoncello. Wie ist es, Signora? Ist Ihr noch frei? Prego. Um eine Liebe zu vergessen, eine Liebe zu finden und eine Liebe zu leben. Darum kommen meine Frauen hier. Ciao, Antonio, come stai? Hey, Enrico, wie geht's denn? Bist du wieder da? Anton, die Dame ist mein Gast. Wie bitte? Antonio, arrivederci. Signora, arrivederci. Aber bleiben Sie doch. Vielleicht treffen wir uns wieder am Strand. Pisa. So eine Unverschämtheit. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich hab Sie doch hier nicht als Anstandsfrau engagiert. Was hat der Gute Ihnen erzählt? Dass die Touristen aus drei Gründen hierher kommen? Und die Zeitung unter seinem Arm. Hat er nie gelesen. Die ist noch von 82. Als Italien Fussballwettmeister wurde. Barbara. Barbara, bitte. Wir wollen nochmal von vorne fangen. Bitte. Hören Sie zu, ich mach Ihnen einen Vorschlag. Ja. Wir zwei auf der Fähre gehen an Land. Falsch. Ich gehe an Land. Sie kommen drei Fähren später. Auch gut. Mhm. Wie Sie wollen. Aber das Fantastische ist, Amalfi ist nur ein Quadratkilometer. Und wir laufen uns immer wieder über den Weg. Dann lassen wir es doch doch ankommen. Sie gehen da hinunter. Und ich da. Arrivederci. Ich gebe es ja zu. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Barbara, das ist meine Heimat hier. Und ich wäre heute so oder so hierher gekommen. Bitte. Auch wenn meine Familie hier lebt, wird sie absolut diskret. Ach ja. Hören Sie. Ja. Das Ganze mit uns. Das war ein Irrtum. Geben Sie mir noch eine Chance. Sie wollten sich doch amüsieren. Genau. Wissen Sie, was ich glaube? Der Mut verletzen Sie. Und ich habe Sie so bewundert für Ihr unmoralisches Angebot. Schön. Zugegeben. Nicht gleich am Anfang. Aber eben liegt Barbara. Wie Sie mich um Begleitung gebeten haben. Übrigens habe ich hier ein Schloss. Naja. Eine alte Villa. Ich würde sie Ihnen gerne zeigen. Ich liebe sie. Hä? Die Villa meine ich. Und heute Abend feiern wir da. So richtig? Es wird Ihnen gefallen. Das weiß ich. Barbara. Barbara. Aber. Arrivederci. Stellt euch vor, wo sie ist. Das ratet ihr nie. Wo denn? In Italien. Ach, sie ist nie. Doch. Im Hotel La Bussola in der Malenvieh. Wer, Oma? Anna, du gehst jetzt besser mal nach oben. Ich war bei ihrem Büro. Warum kann ich denn nicht hier mal? Lass sie doch hören, was das für ein Mensch ist, mein Herr Schwiegersohn. Der wer? Niemand. Du darfst auch mal im Fernsehen, ja? Darf ich doch sowieso. Tee, bitte. Das ist jetzt auch noch mit den Armen, Oma. Na, Papa liebt sie doch. Warum tut er das? Was hat Sex mit Liebe zu tun? Oma. Und was machen wir jetzt? Mama hauckt da einsam in ihrem Hotel und tollt sich die Augen aus. Die Touristen sind schön, kapisch. Warum kommen sie nicht mehr? Wir haben die Pizzerien nun renoviert, aber niemand kommt. Basta. Basta. Und wenn du einmal anfängst mit Julben, bis hier ersticken sie dich. Serafina, wir verkaufen die Villa und Basta. Ich weiß ja, wie du an allem hier hängst. Hier, trinktas. Okay. Grazie a mi, Enrico. Ciao. Musik Haben Sie sich verirrt? Was ist das für ein Haus? Wer wohnt da drin? Ich. In meinen Ferien. Ganz allein? Ja. Seit mein Grossvater starb. Er hatte die Villa meinem Vater und er hat sie uns vererbt. Meine Schwester und mir. Aber sie wohnt unten am Aachen. Diese alte Villa hier, das frisst einen auf. Darum mal. Die haben alles aufgegessen. Ratze Putzlea. Enrico, warum sagst du denn nicht, dass sie hier ist? Willst du uns nicht vorstellen? Meine Schwester Serafina, Barbara Säberg aus Deutschland. Buonasera. Signora Säberg, wie schön. Mein Bruder hat ja schon so lange niemanden mehr mitgebracht seit seiner Scheidung. Sie müssen unbedingt meine Mutter kennenlernen. Germania, ja? Mein Sohn ist fast Deutscher. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Nun ja. Sie müssen alles erzählen. Und das müssen Sie unbedingt probieren. Bitte schön. Probieren Sie das. Eigener Wein aus Ravello. Mein Mann Mario. Oh, Carastella. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Kommen Sie mit mir. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Kommen Sie mit mir. Kommen Sie mit mir. Nanu? Der Engel hat ja den Kopf verloren. Kein Wunder. Er hat sich verliebt. Und jetzt bekommt er Kopf und Gefühl. Die Liebe und dieses ganze Leben hier nicht mehr zusammen. Ah ja? Er ist hübsch, der Engel. Sie können ihn haben. Sie können hier alles haben. Für Sie mag ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein, will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ah ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um fünf aus dem Bett. Sie arbeitet in einem Labor, in der Klinik, der Uniklinik. Und ich kam nie vor das Weihnachthaus. Ich war Chefkoch bei Luigi. Bei Luigi? Mhm. Aha. Weisst du, was Liebe ist? Liebe ist, wenn man in dem anderen lesen kann, wie in einem spannenden Buch. Aber man muss es aufschlagen wollen und kennen, das Buch. Immer wieder. Jeden Tag. Als sie weg war, habe ich die Stelle aufgegeben. Zu spät. Siehst du den Zopf meiner Mutter? Sie hatte einmal ihr Haar wie du. Mein Vater hat es noch berührt, kurz bevor er starb. Seitdem lässt sie es wachsen. Darf ich dich auch was fragen? Mhm. Wollen wir tanzen? Du und ich? Ciao, Mama. Weisst du, was ist stolzend? Was? Die wundervolle Aussicht aus deinem Hotel. Bestechend, ja. Ich habe hier fünf Zimmer. Frühstück mit Zimmerservice. Vier Sterne. Nein, fünf. Alle Sterne am Himmel. Reichen nicht aus. Seid ihr Italiener eigentlich immer so? Wie denn? Ihr gebt nicht auf. Nee, bevor wir am Ziel sind. Kein schlechter Platz, um seinen Mann zu verfluchen. Mein Koffer. Feier weg. Das ist der Hotelboy, Oma. Das geht schon in Ordnung. Guck mal, da. Oh, Mann. Da hinten ist, glaube ich, Omas Hotel. Sie hat ausgecheckt. Ihre Sachen werden gerade weggebracht. Ja, wo will sie denn hin? Nach Mexiko. Äh, stopp, stopp, sie können alles wieder aufladen. Hältst du mich für verrückt? Nein. Ich halte dich für etwas sehr Besonderes. Ich mag Frauen, die das Leben lieben. Weisst du? Die weiterlaufen, auch wenn ihre Männer sie betrügen. Oder sie sich mit ihren Schuhen in Fischernetzen verrädern. Ich kann aber nicht mehr. Ja, dann setz dich doch in Omas Stuhl hier. Guck mal. So. Ja. Jetzt aber schnell. Wann sind Fisch da? Ich war auch noch nicht hier. Oma, wir kommen! Was war das? Sie bringen dein Gepäck. Das geht in Ordnung. Was für ein schrecklicher Berg. Der hört ja niemals auf. Wie soll denn da ein normaler Mensch jemals hochkommen? Oma! Oma, da bist du ja! Oma! Hallo. Wo kommt ihr denn her? Hallo Mama. Papa ist so ein Schuft. Wir lassen dich doch nicht allein an deinem Geburtstag. Aber ich hab doch im Büro ausdrücklich gesagt, dass ich nicht... Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Was machst du hier? In dieser Ruine? Und wer ist der junge Mann? Willst du uns nicht vorstellen? Doch, natürlich. Das ist, ähm... Enrico. Enrico... Enrico Aleramo. Das hab ich vorstell' meine Familie. Parlez-vous, Salman? Junger Mann? Aber klar. Sie auch? Wir sind nicht in Frankreich, Oma. Boah. Sind du auch hier? Wer? Enrico? Nein. Natürlich nicht. Enrico wohnt im... im Gartenhaus. Da irgendwo bei den Zitronenbäumen da hinten. Ha! Sie sind der Gärtner? Das sieht man diesem Unkraut aber nicht an. Alles Unkraut. Was soll das? Oh, Mama, die Fahrt auf der Fähre hierher. Ein Traum. Wieso Gärtner? Warum wohnst du nicht in einem anständigen Hotel? Barbara, komm. Ich muss mit dir reden. Hübsche Bruchbude. Bruchbude? Wie könnt ihr denn sowas eine Bruchbude nennen? Allein die Bruchböden hier, die sind aber... Ach, hier! Kenne ich sie nicht irgendwoher? Du? Enrico, das ist völlig unmöglich. Säglich sehen alle Terina gleich aus. Bei denen bleibt das Haus. Haus! Ein Ofen, alter Stein. Marie, hast du die Majolika hier in der Küche gesehen? Ein bisschen investiert in diese Villa und sind ja wunderschön. Sag mal, Hündchen. Hast du diese Ruine hier etwa gekauft? Hör das jetzt alles um? Das ist verrückt. Was gehört alles um? Was gehört alles um? Wenn ich frustriert bin, dann schaffe ich mir Schokolade. Mama legt was drauf und kauft ein Haus. Hör zu, das ist ja alles in der Ruhe. Also schön, jetzt zeigst du uns die Zimmer, mein Kind. Jungemann, bringen Sie mir doch bitte meine Koffer auf mein Zimmer. Du kannst doch nicht... Mutter, Mutter, ihr könnt doch jetzt hier nicht einziehen. Wozu sind wir der Nacht gereist? Damit wir uns hier Postkarten schreiben? Alle Achtung. Gestern ernährst du mich zu deinem Liebhaber. Heute degradierst du mich zum Gärtner. Und morgen? Lass sich der Gärtner vielleicht eine Flasche Wasser mitnehmen? Enrico, warum denn? Ich habe noch einen Termin. Mama, kommst du? Wir kennen uns hier nicht aus. Oma! Das Haus ist riesig, aber unten im Klo. Ja, natürlich gibt es einen Klo. Hier, du Maus gibt es einen Klo. Entschuldigung, hier gibt es ja unglaublich viele Türen. Ich muss mal ins Bad. Ins Bad? Ja. Warte. Das Bad? Das Bad ist, äh... Hier, nein. Hier, lass mich doch mal gucken. Wahnsinn. Und die Sachen, die man alle presst, sind... Was ist denn, Märchenhaft? Was gibt's denn hier? Hier? Hier schlag ich. Ach, und die Zimmereinteilung steht schon fest? Ja. Wenn die Herrschaften hier unterzeichnen wollen, dann ist alles in Ordnung. Grazie. Die Villa, il Castello, aus den gemeinsamen Besitz von Enrico Aleramo, Sofia Aleramo und Serafina Ruocco, geborene Aleramo, gehört dann der Käuferin, Marina del Cantone. Oh, alles wird gut. Oh, Enrico. Wir müssen verkaufen. Wir brauchen das Geld. Du lebst doch in Deutschland. Was willst du wie so eine Villa hier? Da, Enrico, bitte. Unterschreib. Ich kann nicht. Mama, wo ist das? Was willst du? Entschuldige. Ich fühle mich so... Ich hätte Ihnen doch unmöglich die Wahrheit sagen können. Nein. Was hätte ich Ihnen denn sagen sollen? Dass Ihre Mutter erotische Träume verfolgt? Dass sie eine Affäre sucht? Nur weil Ihr Mann Sie betrogen hat? Nur, wofür schämst Du Dich? Ich bin kein Teenager mehr. Vielleicht schämst Du Dich auch für ganz was anderes. Wofür? Ich bin ein Typ von der Strasse. Ein Lieferant für Pasta und Prosciutto. Ist doch peinlich. Für eine Frau wie Dich. Wer bitte? Das ist doch Unfug. Ah ja? Aber Deine Töchter sind erwachsen. Warum sagst Du es ihnen nicht? Steh zu Dir. Und steh zu mir. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sind Zypressen. Guck mal, und da unten, das ist Amalfi. Da kommen wir her. Das ist Amalfi. Und hinter diesem Pass, da liegt Ravello. Und diese römische Villa, das ist die Villa Cimbrone. Schön, was? Eine wunderbare Aussicht, oder? Mensch, Mama, ist das schön hier. Seit wann sind Sie schon Gärtner? Seit wann? Seit wann? Er, es traf mich sozusagen unfreiwillig. Über Nacht. Über Nacht? Ja. Mich auch. Ich wollte so gern studieren. Literaturwissenschaften. Mhm. Na, stattdessen habe ich mich... Vorsicht! Danke. Mami, darf ich spielen gehen? Ja, gern. Ich habe mich in den falschen Mann verliebt, wurde schwanger und... äh, jetzt sortiere ich Bücher ins Regal. Buchhändlerin. Oh, ist die schön. Was ist das für eine? Das? Na ja, eine Blume. Eine Distel. Vielleicht. Eine Distel? Vielleicht. Was redet ihr denn noch so lange? Wir wollen weiter. Wollen wir das? Guck mal, Mama, wie ich was ich gefunden habe. Anna! Komm mal sofort weg! Es geht da ganz schnell runter. Es klemmt. Weißt du was? Amelie hat mir gerade erzählt, dass in ihrer Familie niemand so richtig an sie glaubt. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier klemmt was! Das ist auch gut so. Der Arzt hat sowieso gesagt, du sollst laufen. Ich kann aber einen Nagel sehen. Na doch. Ich hoffe, Sie waren mal eine wilde Tänzerin. Wild? Nein, begnadet. Ja, ja, das war ich. Diese Beine. Schade. Sie werden allmählich unförmig. Unförmig? Wie kommen Sie denn darauf? Rollstuhl. Ständige Zitzen. Passivität. Ich komm. Wir sollten endlich ein Restaurant für deinen Geburtstag aussuchen. Der hat was, dein Gärtner. Ne? Marie, möchtest du dich nicht setzen? Nein! Jetzt im Augenblick jedenfalls nicht. Da! Das muss Ihre Familie sein. Madonna, Sie haben schon Ihre Familie geholt. Er meint's ernst. Mario! Mario! Hey! Guarda! Was ist das? Sie haben Ihre Familie geholt. Nein. Wir müssen Sie einladen. Sie haben Sie einladen. Enrico Magdars. Jetzt verstehe ich, warum er nicht unterschreibt. Die Deutsche hat Geld. Sie kauft die Villa. Und er zahlt uns aus. Ja? Ja? Moment, bitte. Ja? Verstehe. Hier. Ja, schon gut. Danke, Omi. Was siehst du? Ich hab sie verhauen. Ich hab Strafrecht schon wieder verhauen. Ich schaff dieses beschissene Studium nie. Denk nicht drüber. Enrico? Amüsierst du dich gut? Doch. Ja. Macht Spass, was? Was denn? Was denn? Meiner Familie so zu imponieren? Sie zu verführen? Oh sehr. Vor allem deine Töchter. Ich bin da ganz wie dein Mann. Ich fresse kleine Mädchen. Für mein Leben gern. Das wäre angemessen. Hm? Wofür? Für deinen Geburtstag. Da gibt's zum Nachttisch die echten Delizial-Alemone. Das ist mein Geburtstag, Marie. Es reicht. Du kannst sie denn essen, sonst wo hinstecken. Das doch. Total süß. Hoppla. Schon probiert? Hm. Wie fallen wir denn jetzt eigentlich in deinen Geburtstag rein, Mama? Gehen wir heute Abend essen oder kochen? Essen. Essen muss ich mit euch. Aber kochen darf ich alleine. Wunderbar erdrückend, ihr doch alle seid. Ich habe euch nicht gebeten, mir meinen Geburtstag zu vermasseln. Allein wollte ich sein. Hört ihr? Alleine. Ihr könnt mich alle mal. Und du mich auch. Ich habe euch nicht gebeten, ihr doch auch nicht gebeten, ihr doch auch nicht gebeten. Vielleicht sollte mal einer nach ihr sehen. Vielleicht sollte mal einer nach ihr sehen. Mama? Amelie? Was ist denn mit dir passiert? Meinst du, das gefällt ihm? Meinst du, das gefällt ihm? Wem? Bei deinem Gärtner. Raus! Mama. Und reicht es jetzt? Hast du dich genug gerecht? Denke ja. Wohin gehst du? Ich klopfe mal bei meiner Schwester an. Vielleicht hat die ein Bett für mich. Aber weisst du, was nett wäre? Wirklich nett. Natürlich nur, wenn es dir keine Probleme macht. Was? Wenn du mir aus meinem Haus meine Tasche geben könntest. Warum machst du es mir nur so schwer? Ich? Ja. Dir? Du stehst dir doch im Weg. So ein Unsinn. Es hätte so schön werden können. Es hätte so schön werden können. Und wenn wir jetzt... Was jetzt? Ich meine... Wenn wir einfach nochmal von vorne anfangen würden? Wie denn? So? Oder so? Oder so? Oma! Die lieben sich jetzt, oder? Aber Mama hat doch einen Mann. Wenn die vor Mitternacht ihr Liebesnest nicht verlassen haben, dann trinken wir den Champagner alleine. Guck mal. Was ist denn das? Ein Zunkuss. Anna. Zeig mal. Was für ein wunderschöner Morgen. Wo fahren wir eigentlich hin? Vertrau mir. Das ist meine Heimat hier. Schau dir die Sonne an. Schön, was? Ja. Fantastisch. Gleich zehn Vierter. Oh. Vorsicht, links. Gut, so? Ja. Achtung! Gleich bis zu dir. Vorsicht, der Felsen! Sieh, 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 sieh. Komm, ziehen! La Grotta dello Smeraldo. Barbara, nur für dich. Ich schenke sie dir die grüne Grotte. Du bist total verrückt. Vielleicht habe ich es nie gewusst. Was? Wie schön das Leben ist. Freddy, verschnüffelst du in Mamas Sachen? Du glaubst es nicht. Was glaubst du, was ich hier habe? So lernt man das. Im Jurastudium. Mama hat diesem Typen die Fähre bezahlt. Na und? Rechen ist eure Mutter gewohnt. Der Typ ist ein Gigolo. Wie ich euren Vater kenne, trägt sie auch die Hotelrechnung für seine Liebesnächte. Und nicht nur das, sie hat ihm auch den Flug spendiert. Den Flug hierher? Da haben die sich ja schon in Deutschland... Sie hat ihn abgeschleppt. Und er lässt sich alles zahlen. Ihr auch. Ich schätze nur, ihr zahlt es ihr in geringerer Vierer zurück. Oma, verstehst du nicht. Sie bezahlt für ihn. Sie hat ihn gekauft. So richtig? Ja. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Oma. Oma. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schluss jetzt. Achtung! Halt dich liebe fest. Bravo! So, raus aus dem Boot. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Wer? Ich? Du auch. Wir hätten uns anmelden sollen. Die Deutschen. So sind sie. Schlafen bis Mittag. Dann mach ich mir Kaffee, hm? Ja. Wei, Wei, Wei. Rein mit euch. Wer kann denn das sein? Wo ist das Messer? Wie soll ich Brot schneiden? Ohne Messer. Lass mich mal dran. Sie tun so, als wenn Ihnen das alles schon gehört. Kaffee. Buongiorno, Signore. Haben Sie gut geschlafen? Hatten Sie eine gute Nacht? Wer ist denn das? Was fragst du mich? Sie sind bestimmt la Mama di Barbara. Habe ich recht? Serafina. Questa la mia Mama, Sofia. Mario, mein Mann. Buongiorno, Veneze. Was wollen Sie hier? Und was ist das? La mia delizia limone. Hausgemachte Citronentörtchen. Ein Gedicht. Wo ist mein Sohn? Enrico und Barbara. Wo? Wissen wir auch nicht, wo die beiden sind. Amore, amore. Das ist die Familie von Enrico. Macht nichts. Möchten Sie Kaffee? Ob wir Kaffee wollen? Was trinken Sie denn morgens? Bier? Was hat Mama alles erzählt? Alles hat sie erzählt. Wie Sie sich kennengelernt haben. Wie denn? Und? Habe ich zu viel versprochen? Nein, geht es nicht. Du auch. Du auch ein Stück. Du auch. Okay. Aber warum kennen Sie sich hier so gut aus? Komme. Meine Küche und hier. Das ist unser Haus. Das ist Ihr Haus. Aber das Haus gehört meiner Mutter. Noch nicht. Mir gehört die Villa. Noch gehört sie meine Bellissima. Und Enrico natürlich. Den Gärtner. Was meinte sie mit Gärtner? Mein Bruder ist Koch. Ach. Weiss meine Mutter, dass die Villa Enrico... Natürlich. Was denken Sie denn? Der Typ zieht sie aus. Der will nur ihr Geld. Mafiosi! Eure Mutter lässt sich über den Tisch ziehen. Mario. Sala Fida. Buon appetito. Buongiorno. Hallo Mama. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke dir. Mama. Was tust du nur? Der Typ zieht dich allglatt über den Tisch. Was sagst du da? Das ist Amore. Amore? Bei uns nennt man das Hormonstörungen. Mutter. Mama, wie kannst du das nur tun? Du kannst doch nicht nur, weil der Typ einigermaßen gut aussieht, gleich Millionen für ihn hinblättern. Was redest du da? Seit wann duzen wir uns? Was für Leute. Wovon redest du? Lass aber. Er lockt dich hierher und macht dich scharf. Er ist auf sich und dann auf diese Hütte hier. Hast du zu viel getrunken oder was? Lassen Sie mich los. Sie wollen Schwester in Ruhe. Basta. 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 Was gibt's da? Sie müssen die Villa kaufen. Ich bin sonst ruiniert. Die Villa, was ist mit der Villa? Ich will sie nicht. Aber Sie kaufen sie doch, oder nicht? Sie wollen ihr Geld. Sie wollen nur ihr Geld. Willst du die Villa verkaufen? Nein. Will ich nicht. Was machst du denn da? Wir brauchen das Geld. Enrico, te prego. Wir brauchen das Geld. Enrico, wir müssen verkaufen. Wir müssen. Was? Oh, was? Sie spielen doch mit ihren Gefühlen. Ich will doch die Villa überhaupt. Ich bin gleich auf. Ich kann nicht. Wir haben uns alle getäuscht. Wir brauchen das Geld. Wir sollen das machen jetzt. Ich bin乖t. Ich bin jetzt wenn wir eine Tocha. Das ist alles losgefallen. Ich bin ein Kind. Ich will nichts von Ihnen wissen, Sie haben nämlich gar keine Angelegenheit gestorben. Gehen Sie alle raus hier! Wo is'n Sie? Hä? Wo is' Barbara? Sie bringt ihr Unglück. Lass Sie! Barbara! 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 Barbara, warte! Barbara! Barbara! Barbara, bitte! Du hast dir gedacht, ich probiere es mal, hm? Das hast du ja geschickt eingefädelt, alle Achtung! Da steht doch alles nicht! Nein, nein, dieses Kaffee musste es sein und das Hotelzimmer! Kein Meerblick, ein exklusiver Blick auf die Baustelle! Bitte, Barbara! Das Zimmer hast du bestellt! Weißt du was? Vergiss es! Probewohnen im Schloss! Blütenblätter auf dem Kopfkissen, Donnerwetter! Barbara! Barbara! Barbara, warte! Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung? Im letzten Sommer war das. Morgens, um halb acht, deine Bluse war so blau wie der Himmel hier. Du standst mir gegenüber in der Haustür. Einen Arm, halb im Jackett. Dein Lieblingsjackett, vermutlich. Jedenfalls ist es hier an den Ellenbogen leicht abgenutzt. Mit der anderen Hand hast du die Eklipse an die Ohren gesteckt. Diese grossen, mit den gelben Steinen und mit den Füssen. Du bist in deine leichten Sandaletten geschlüpft. Alles auf einmal, Barbara. Verstehst du? Du willst immer alles auf einmal. Prompt. Prompt hast du den linken Schuh mit der rechten verwechselt und beinahe... Beinahe, ja. Ich hoffte, du würdest mir in die Arme fallen. Lass das, Enrico. Aber darum geht es. Nur darum. Hör auf dich, was du fühlst. Nicht auf sie. Ich muss jetzt gehen. Du kannst nicht gehen. Nicht so. Ich liebe dich, hörst du. Du hast mich nie wagenoben. Aber ich dich schon immer. Ich liebe deinen verträumten Blick morgens, wenn du die Zeitung holst. Schliess meine Augen und seh dich. Liebe deinen Schnuppern am Kaffee, bevor du trinkst. Nicht, Enrico. Lass das. Ich bin verheiratet. Verstehst du? Und jetzt fällt dir das ein? Jetzt? Ja. Ja. Es war sehr schön mit dir. Aber es war nur eine Affäre. Ja? Es war nur eine Affäre. Nur eine Affäre? Okay. Aber wenn du jetzt gehst, musst du mir eins versprechen. Komm nie mehr zurück. 버is gut. Dann. Moment. �� Oh! Barbara, mein Lieben, meine Einzige. Ich habe die Hölle durchlebt. Ich wusste ja nicht, wo du bist. Es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich habe dir noch gar nicht gratuliert. Später, Johannes. Mom! Ja? Hallo, Mama. Mir tut das alles irgendwie so leid. Ich weiß auch nicht, wie das alles so... Aber wir kommen morgen nach Hause, ja? Und wir bringen auch deine Sachen mit. Ist gut, Freddy. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke, dass wir hier heute nur mal schlafen dürfen. Wir räumen dann hier auch noch alles auf, ja? Was hat sie davon? Kindische Geheimnistuerei. Warum sagt sie uns denn nicht, was los ist? Sie müssen sich kein Urteil an. Sie nicht. Und schon gar nicht. Über ihre Tochter. Du bist ja schon auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke. Mh. Pulverkaffee. Du wurdest sehr vermisst, wie du siehst. Ja. Barbara, diese Frau in Holland, sie bedeutet mir nichts. Ich weiß, Johannes. Du bist mir nicht böse. Nein. Erinnerst du dich noch an den Luftballonverkäufer? Welcher Luftballonverkäufer? In dem Park. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ach, der. Genau, der Luftballonverkäufer. Ja. Was siehst du, wenn du die Augen zumachst von mir? Was ich von dir sehe, ich weiß nicht. Ich sehe, wie du den Tisch steckst. Nein, warte, ich sehe dich tanzen. In diesem roten Kleid mit dem tiefen Dekolleté. Es ist gelb. Was ist gelb? Das Kleid. Das Kleid ist gelb. Ich bin gleich wieder da. Barbara, wenn du diesen Brief liest, ist vielleicht schon alles vorbei. Vielleicht liegst du bald in meinen Armen. Vielleicht hasst du mich inzwischen. In zwei Stunden geht unser Flug nach Neapel. Du wirst neben mir sitzen. Die nervöse Einhaarsträhne hinter das Ohr schieben. Und für mich wird die Nähe zu dir unwirklich sein. Wer weiss, wie unser Abenteuer endet. Aber ich will dir nichts schuldig bleiben. In deinen Händen liegt das Geld für den Flug und die Fähre. In deinen Händen lag vielleicht auch mal mein Leben. In die Händen. In der Händen. In den Händen. Was ist? Kriege ich keinen Kuss? Morgens. Mittags. Wann immer du willst. Danke für das Angebot. Schlafen Sie eine Runde. Sie sind ja ganz erschöpft. Lass mich in Ruhe. Ja? Was? Welcher Tischschmuck? Was ist damit? Nein, 50 Rosen. Nein, nein, nein. Lassen Sie mich den Tischschmuck machen. Ich kümmere mich darum. Ja, bitte. Wiederhören. Ich bin nicht mehr zu sehen. Ich bin nicht mehr zu sehen. Hören Sie, vergessen Sie sie. Es war nur so eine Idee, weil ich nicht gern allein... Schwamm drüber. Ich wollte Sie nicht verletzen. Wann? Morgen? Was morgen? Capri. Zu touristisch. Am Alfie. Die Maschine nach Neapol geht morgen um 12 Uhr 20. Am Alfie? Nicht gut. Doch. Schon. Mama, spinnst du? Wo willst du denn hin? Was ist denn Papa davon? Papa? Das ist alles organisiert. Mein Büro übernimmt das Ausladen der Gäste. Und wenn ich zurückkomme, feiern wir im kleinen Bereich. Hast du Hitzewallungen? Zum Nachtisch gibt es Sorbeto-Champagne mit Mandelkrapfen. 70 Gäste sind geladen. Und du willst jetzt kneifen? Mutter, du nimmst deine Pillen, die gelben und die grünen, vormittags und mittags die roten. Meine Tochter hat den Verstand verloren. Ja. Das brauch ich nicht mehr. Aber wie sollen wir dich erreichen? Anna, du passt auf deine Mutter auf. Oma, nimm mich doch mit. Sie hat den Verstand verloren. Avanti, per favore. Die Fähre geht in zehn Minuten. Aber zum Hafen geht's da runter. Da war ein Schild. Schild für Touristen. Oma, Touristenfahrer rechts. Wenn das Meer liegt, liegt's. Avanti. Barbara, kommen Sie. Wenn wir diese Fähre verpassen, müssen wir hier übernachten. Ach, Enrico, mein Schuh. Aber was machen Sie denn da? Mein Schuh. Wir müssen uns beeilen. Ach, mein Schuh. Ich bitte Sie, die Fähre geht gleich. Jetzt kommen Sie schon. Beeilen Sie sich doch bitte. Wie kommen Sie da raus? Wann waren Sie das letzte Mal allein? So wie jetzt? In Urlaub? Ohne meine Familie? Nee. Bárbara. Das ist die Malphie. Das ist die Malphie. Was ist die Malphie. Da sind wir bei dir? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Stellt euch vor, wo sie ist. Das ratet ihr nie. Warum denn? In Italien. Ach, ich sehe nie. Doch. Hotel La Bussola in der Malfi. Wer, Oma? Anna, du gehst jetzt besser mal nach oben. Ich war bei ihr im Büro. Warum kann ich denn nicht hier mal? Lass Sie doch hören, was das für ein Mensch ist, mein Herr Schwiegersohn. Der wer? Niemand. Du darfst doch nur im Fernsehen, ja? Darf ich doch sowieso rum? Tee, bitte. Das ist jetzt auch noch mit den Armen, Oma. Na, Papa liebt sie doch. Warum tut er das? Was hat Sex mit Liebe zu tun? Oma. Was machen wir jetzt? Mama hockt da einsam in ihrem Hotel und tollt sich die Augen aus. Die Touristen sind schön. Kapisch. Warum kommen sie nicht mehr? Wir haben die Pizzeria nur renoviert. Aber niemand kommt. Bast. Bast. Und wenn du einmal anfängst mit Schulden, bis hier ersticken sie dich. Serafina. Wir verkaufen die Villa und passt. Hm? Ich weiß ja, wie du an allen hier hängst. Hier. Trink das. Okay. Grazie a tutti, Enrico. Ciao. Enrico, ein Poco di Vino? Eeeh, dai, so ist das Leben. Ich weiß ja, so ist das Leben. Haben Sie sich verirrt? Was ist das für ein Haus? Wer wohnt da drin? Ich. In meinen Ferien. Ganz allein? Ja. Seit mein Grossvater starb. Er hatte die Villa meinem Vater und er hat sie uns vererbt. Meine Schwester und mir. Aber sie wohnt unten am Aachen. Ich habe ihn alles aufgegessen. Ratze putzleer. Enrico, warum sagst du denn nicht, dass sie hier ist? Willst du uns nicht vorstellen? Meine Schwester Serafina, Barbara Säberg aus Deutschland. Meine Schwester Säberg, wie schön. Mein Bruder hat ja schon so lange niemanden mehr mitgebracht seit seine Scheidung. Sie müssen nur wenig meine Mutter kennenlernen. Germania, ja? Mein Sohn ist fast Deutscher. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Nun ja. Sie müssen alles erzählen. Und das müssen Sie unbedingt probieren. Bitte schön. Probieren Sie das. Eigener Wein aus Ravello, Signor. Mein Mann Mario. Oh, Caratela. Kommen Sie, klassen Sie mit mir. Kommen Sie, klassen Sie mit mir. Seit wann versteckst du sie? Mama. Aber älter als du. Oder? Vergiss es, bitte. Du bist verliebt. Ah. Schlingel, du. Du bist verliebt. Du bist du halt. Du bist du halt. Du bist du halt. Du bist du halt. Na nun, der Engel hat ja den Kopf verloren. Kein Wunder. Er hat sich verliebt und jetzt bekommt er Kopf und Gefühl. Die Liebe und dieses ganze Leben hier nicht mehr zusammen. Ah ja? Er ist hübsch, der Engel. Sie können ihn haben. Sie können hier alles haben. Für Sie mag ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein. Will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ah ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um fünf aus dem Bett. Sie arbeitet in einem Labor. In der Klinik. Der Uniklinik. Und ich kam nicht vor zwei nach Haus. Hm. Ich war Chefkoch bei Luigi. Bei Luigi? Mhm. Aha. Weisst du, was Liebe ist? Liebe ist, wenn man in dem anderen lesen kann, wie in einem spannenden Buch. Aber man muss es aufschlagen wollen und kennen, das Buch. Immer wieder. Jeden Tag. Als sie weg war, habe ich die Stelle aufgegeben. Zu spät. Siehst du den Zopf meiner Mutter? Sie hatte einmal ihr Haar wie du. Mein Vater hat es noch berührt. Kurz bevor er starb. Seitdem lässt sie es wachsen. Darf ich dich auch was fragen? Mhm. Wollen wir tanzen? Du und ich? Tschau, Mann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Weisst du, was ich stolp finde? Die wundervolle Aussicht aus deinem Hotel. Bestechend, ja. Ich habe hier fünf Zimmer. Frühstück mit Zimmerservice. Vier Sterne. Nein, fünf. Alle Sterne am Himmel. Reichen nicht aus. Seid ihr Italiener eigentlich immer so? Wie dann? Ihr gebt nicht auf. Nee, bevor wir an Seel sind. Kein schlechter Platz, um seinen Mann zu verfluchen. Mein Koffer! Pioik! Das ist der Hotelboy, Oma. Das geht schon in Ordnung. Guck mal, da! Oh Mann, da hinten ist, glaube ich, Omas Hotel. Sie hat ausgecheckt. Ihre Sachen werden gerade weggebracht. Ja, wo will sie denn hin? Nach Mexiko? Äh, stopp, stopp. Sie können alles wieder aufladen. Hältst du mich für verrückt? Nein. Ich schalte dich für etwas sehr Besonderes. Ich mag Frauen, die das Leben lieben, weisst du? Die weiterlaufen, auch wenn ihre Männer sie betrügen oder sie sich mit ihren Schuhen in Fischernetzen verrädern. Mhm. Ich kann aber nicht mehr. Ja, dann setz dich doch in Omas Stuhl hier. Guck mal. So. Ja. Jetzt aber schnell. Wann sind Fisch da? Oh, ich war auch noch nicht hier. Oma, wir kommen! Was war das? Sie bringen dein Gepäck. Das geht in Ordnung. Was für ein schrecklicher Berg! Der hört ja niemals auf! Wie soll denn da ein normaler Mensch jemals hochkommen? Oma! Oma, da bist du ja! Hallo. Wo kommt ihr denn her? Hallo, Mama. Papa ist so ein Schuft. Wir lassen dich doch nicht allein an deinem Geburtstag. Aber ich hab doch im Büro ausdrücklich gesagt, dass ich nicht... Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Was machst du hier? In dieser Ruine? Und wer ist der junge Mann? Der willst du uns nicht vorstellen? Doch, natürlich. Das ist, ähm, Enrico. Enrico... Enrico Aleramo. Das hab ich vorstellen, meine Familie. Parlez-vous, Salmant, junger Mann? Aber klar. Sie auch? Wir sind nicht in Frankreich, Oma. Buff. Sind du auch hier? Wer? Enrico? Nein, natürlich nicht. Enrico wohnt im... im Gartenhaus da irgendwo bei den Zitronenbäumen da hinten. Ha! Sie sind der Gärtner? Was sieht man in diesem Untergrund? Ich hab mich in den falschen Mann verliebt, wurde schwanger und... äh, jetzt sortier ich Bücher ins Regal. Buchhändlerin. Oh, ist die Schöne. Was ist das für eine? Das? Äh, na ja. Eine Blume. Eine Distel. Vielleicht. Vielleicht. Eine Distel. Vielleicht. Was redet ihr denn noch so lange? Wir wollen weiter. Wollen wir das? Guck mal, Mama, wie ich was ich gefunden hab. Anna! Komm mal sofort weg! Es geht da ganz schnell runter. Es klemmt. Weißt du was? Amelie hat mir gerade erzählt, dass in ihrer Familie niemand so richtig an sie glaubt. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier klemmt was! Das ist auch gut so. Der Arzt hat sowieso gesagt, du sollst laufen. Ich kann aber den Nagel sehen. Ich hoffe, Sie waren mal eine wilde Tänzerin. Wild? Nein, begnadet. Ja, ja, das war ich. Diese Beine, schade. Sie werden allmählich unförmig. Unförmig? Wie kommen Sie denn darauf? Rollstuhl, ständige Zitzen, Passivität. Ich komm. Wir sollten endlich ein Restaurant für deinen Geburtstag aussuchen. Der hat was, dein Gärtner. Ne? Marie, möchtest du dich nicht setzen? Nein! Jetzt im Augenblick jedenfalls nicht. Da! Da! Das muss Ihre Familie sein. Madonna, Sie haben schon Ihre Familie geholt. Er meins ernst. Mario! Mario! Hey! Guarda! Wie geht's? Sie haben Ihre Familie geholt. No. Wir müssen Sie einladen. Nein! Enrico mag das. Jetzt verstehe ich, warum er nicht unterschreibt. Die Deutsche hat Geld. Sie kauft die Villa und er zahlt uns aus. Ja? Moment, bitte. Ja? Verstehe. Hier. Ja, schon gut. Danke, Umi. Was ist denn? Ich hab sie verhauen. Ich hab Strafrecht schon wieder verhauen. Ich schaff dieses beschissene Studium nie. Denk nicht drüber. Enrico? Amüsierst du dich gut? Doch. Ja. Macht Spass, was? Was denn? Was denn? Meiner Familie so zu imponieren? Sie zu verführen? Oh sehr. Vor allem deine Töchter. Ich bin da ganz wie dein Mann. Ich fresse kleine Mädchen für mein Leben gern. Das wäre angemessen. Hm? Wofür? Für deinen Geburtstag. Da gibt's zum Nachttisch die echten Delizier-Alemone. Das ist mein Geburtstag, Marie. Es reicht. Du kannst dein Essen sonst wo hinstecken. Das ist doch... auf! Auf! Total süß. Hoppla. Schon probiert? Wie fallen wir denn jetzt eigentlich in deinen Geburtstag rein, Mama? Gehen wir heute Abend essen oder kochen? Essen. Ja? Ah ja. Essen muss ich mit euch. Aber kochen darf ich alleine. Wie wunderbar erdrücken ihr doch alle seid. Ich hab euch nicht gebeten, mir meinen Geburtstag zu vermasseln. Allein wollte ich sein. Hört ihr? Alleine. Ihr könnt mich alle mal. Und du mich auch. Es ist immer noch nicht so schön. Aber was nicht tehn, warst du dich? Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe die , ich habe das. Ich habe die die Vielleicht sollte mal einer nach ihr sehen. Mama? Amelie? Was ist denn mit dir passiert? Meinst du, das gefällt ihm? Wem? Deinen Gärtner. Hör aus! Mama! Und reicht es jetzt? Hast du dich genug gerecht? Ich denke, ja. Wohin gehst du? Ich klopfe mal bei meiner Schwester an. Vielleicht hat die ein Bett für mich. Aber weisst du, was nett wäre? Wirklich nett. Natürlich nur, wenn es dir keine Probleme macht. Was? Wenn du mir aus meinem Haus meine Tasche geben könntest. Warum machst du es mir nur so schwer? Ich? Ja. Dir? Du stehst dir doch im Weg. So ein Unsinn! Es hätte so schön werden können. Und wenn wir jetzt... Was jetzt? Ich meine... Wenn wir einfach nochmal von vorne anfangen würden? Wie denn? So? Oder so? Oder so? Oma! Oma! Die lieben sich jetzt, oder? Aber Mama hat doch einen Mann. Wenn die vor Mitternacht ihr Liebesnest nicht verlassen haben, dann trinken wir den Champagner alleine. Guck mal! Was ist denn das? Ein Zungenkuss! Anna! Zeig mal! Was für ein wunderschöner Morgen! Wo fahren wir eigentlich hin? Vertrau mir! Das ist meine Heimat hier! Schau dir die Sonne an! Schön, was? Ja. Fantastisch. Gleich sehen wir da. Oh! Vorsicht links! Gut, so? Ja! Achtung! Vorsicht der Felsen! Sieh, sieh, sieh! Komm von ziehen! La Grotta dello Smeraldo! Barbara! Nur für dich! Ich schenke sie dir die grüne Grotte! Du bist total verrückt! Ach, vielleicht hab ich's nie gewusst! Was? Wie schön das Leben ist! Freddy! Wie schnüffelst du Mamas Sachen? Du glaubst es nicht! Du glaubst es nicht! Was glaubst du, was ich hier habe? Wo lernt man das? Im Jurastudium! Mama hat diesem Typen die Fähre bezahlt! Na und? Rechen ist eure Mutter gewohnt! Der Typ ist ein Gigolo! Wie ich euren Vater kenne, trägt sie auch die Hotelrechnung für seine Liebesnächte! Und nicht nur das, sie hat ihm auch den Flug spendiert! Den Flug her? Da haben die sich ja schon in Deutschland... Sie hat ihn abgeschleppt! Und er lässt sich alles zahlen! Ihr auch! Ich schätze nur, ihr zahlt es ihr in geringerer Währung zurück! Oma! Verstehst du nicht! Sie bezahlt für ihn! Sie hat ihn gekauft! So richtig? Ja! Das hätte ich ihr nicht zugetraut! Oma! Das ist wie ein Märchen! Ja! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! Schluss jetzt! Achtung! Halt dich Liebe fest! Bravo! So! Raus aus dem Boot! Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens! Wer? Ich? Du auch! Genau! Wir hätten uns anmelden sollen! Ja! Die Deutschen! So sind sie! Schlafen bis Mittag! Dann mach ihr mir Kaffee, hm? Ja! Weiweiwei! Rein mit euch! Wer kann denn das sein? Wo ist das Messer? Wie soll ich Brot schneiden ohne Messer? Lass dich mal frei! Sie tun so, als wenn Ihnen das alles schon gehört! Kaffee! Buongiorno, Signore! Haben Sie gut geschlafen? Hatten Sie eine gute Nacht? Wer ist denn das? Was fragst du mich? Sie sind... ... aber nicht an! Was soll das? Oh Mama, die Fahrt auf der Ferie hierher! Ein Traum! Wieso Gärtner? Warum wohnst du nicht in einem anständigen Hotel? Barbara, komm! Ich muss mit dir reden! Hübsche Bruchbude! Bruchbude? Wie könnt ihr denn sowas eine Bruchbude nennen? Allein die Fußböden hier, die sind aber... Ach, ihr! Kenn ich sie nicht irgendwoher? Du? Enrico, das ist völlig unmöglich! Jetzt endlich sind alle Italiener gleich aus! Bei wem gehört das Haus? Haus! Ein Ofen, alter Stein! Marie! Hast du die Majolika hier in der Küche gesehen? Ein bisschen investiert in diese Villa und sie mehr wunderschön! Sag mal, Kindchen! Hast du diese Ruine hier etwa gekauft? Gehört das jetzt alles uns? Das ist verrückt! Was gehört alles uns? Was gehört alles uns? Also, wenn nicht frustriert man, dann kauf ich mir Schokolade! Was gehört alles uns? Mama legt was drauf und kauft ein Haus! Hör zu, das ist ja alles... Also, schön! Jetzt zeigst du uns die Zimmermannschaft! Junge Mann! Bringen Sie mir doch bitte meine Koffer hier auf mein Zimmer! Du kannst doch nicht! Mutter! Mutter, ihr könnt doch jetzt hier nicht einziehen! Wozu sind wir der Nacht gereist? Damit wir uns hier Postkarten schreiben? Alle Achtung! Gestern ernährst du mich zu deinem Liebhaber. Heute degradierst du mich zum Gärtner. Und morgen? Lass sich der Gärtner vielleicht eine Flasche Wasser mitnehmen? Enrico! Warum denn? Ich habe noch einen Termin! Mama, kommst du? Wir kennen uns hier nicht aus! Oma! Das Haus ist riesig, aber unten im Klo! Natürlich gibt es einen Klo! Und hier, der Maus gibt es einen Klo! Entschuldigung, hier gibt es ja unglaublich viele Türen! Ich muss mal ins Bad! Ins Bad? Ja! Warte! Das Bad? Das Bad ist, äh... Hier! Nein! Lass mich doch mal gucken! Wahnsinn! Und die Sachen, die man alle presst, sind? Ist ja ein Märchenhaft! Was gibt's denn hier? Hier? Hier schlag ich! Ach, und die Zimmereinteilung steht schon fest? Ja! Wenn die Herrschaften hier unterzeichnen wollen, dann ist alles in Ordnung. Grazie! Die Villa Il Castello aus den gemeinsamen Besitz von Enrico Alleramo, Sofia Alleramo und Serafina Ruocco, geborene Alleramo, gehört dann der Käuferin, Marina del Cantone. Oh, alles wird gut! Alles wird gut! Pardon, Enrico! Wir müssen verkaufen! Wir brauchen das Geld! Du lebst doch in Deutschland! Was findest du wie so eine Villa hier? Ja, Enrico, bitte! Unterschreib! Bege ich auf! Ich schangere dich. Mama! Was ist das hier? Ich weiß nicht. Frau, ich warte, ich warte, meine Frau. Hier ist die Frau, die Frau! Ich warte, meine Frau, meine Frau! Ich warte, meine Frau! Ich warte, meine Frau! Ich warte! Ich warte! Ich warte, meine Frau! Was willst du? Entschuldige. Ich fühle mich so... Ich hätte Ihnen doch unmöglich die Wahrheit sagen können. Nein? Nein? Was hätte ich Ihnen denn sagen sollen? Dass Ihre Mutter erotische Träume verfolgt? Dass sie eine Affäre sucht? Nur weil Ihr Mann Sie betrogen hat? Noah, wofür schämst du dich? Ich bin kein Teenager mehr. Vielleicht schämst du dich auch für ganz was anderes. Wofür? Ich bin ein Typ von der Strasse. Ein Lieferant für Pasta und Proschutto. Ist doch peinlich. Für eine Frau wie dich. Wer bitte? Das ist doch Unfug. Ah ja? Aber deine Töchter sind erwachsen. Warum sagst du es ihnen nicht? Steh zu dir. Und steh zu mir. Gute Nacht. Du bist mir dran. h Hi-ате, ich bin klein. Sorry. Hu stumbled wantedieren. Sorry, ich bin klein. Uuâ, dass der Se�� sine kτού! Ja, ich bin klein. Ich bin klein. Ich bin klein. Kasse. Ich bin klein. Ganz klar. Ich bin sz kab應. Welcome Nova an. Should eje. Vor alles dann? Ich bin klein. Ich bin klein. Vault etwas. Ja- tabii bin beschutzig, Musik Musik Diese Becken sind ein Martyrium! Mutter, du schon auf! Wie soll man hier schlafen? Ohne Stadtgeräusche. Es ist ungerecht. Warum sind die Farben hier so anders als bei uns? Möchtest du ein Glas Wasser? Kaffee wäre mir lieber! Kindchen, was willst du hier? Dein Mann ist auf einer anderen ausgerutscht. Na und? Er ist mich zufrieden mit Mutter. Er braucht diese Affären! Von seinem schwachen Selbstbewusstsein. Du hast mir mal gesagt, ich soll mich von ihm trennen. Weißt du das noch? Ja, vor 20 Jahren! Himmel, du wirst jetzt pralle 50! Du bist ja so aufbauen, Marie! Dankeschön! Verschwendest dein Vermögen für diese Ruine! Was willst du? Zum neuen Erdteilen aufbrechen? Ich bitte dich! Na, Mann ist heiße Luft! Ja! Aber er macht eine gute Figur an meiner Seite! Ich weiß, ich weiß! Na ja, hat Kunstsinn! Was man von deinem Vater nicht behaupten konnte! Saubere Fingernägel! Himmel! 28 Jahre Ehe! Barbara! Ihr seid Freunde! Was will der denn? Einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht! Möchten Sie einen Kaffee? Ich kann Ihnen... Nein! Aber Signora, wäre es zu viel gefragt, wenn ich vielleicht Ihre Dusche benutzen dürfte? Aber ja! Sie kennen ja den Weg! Denke, ja! Morgen, Mama! Noch kein Kaffee? Sowas Beknacktes! Ich hab mein Bikini vergessen! Aber es stört dich doch sonst nicht! Buongiorno, Signore! Buongiorno! Oh, ich hab geschlafen! Märchenhaft! Wie schön für dich! Guten Morgen! Guten Morgen, Kleines! Sieht gut aus, dein Gärtner! Sieht gut aus, dein Gärtner! Hast du vielleicht was mit ihm? Was schaust du mich so an? Na, du bist ja noch mit fünf Aufstützrädern gefahren! Manche Mädchen riskieren was! Na ja, muss auf die anderen gehen! Ich erledige das jetzt gleich! Ich verspreche's dir! Und Sie sind wirklich hier geboren? Ja! Ja! Was ist denn das? Ein Moorbad! In dem man sich die Füße wärmen kann! Möchtest du? Ach, danke! Frühstücker! Frühstück der jetzt immer mit uns? Marie! Das war ein Shit! Der bist du ja endlich! Hör zu, ich möchte euch etwas sagen! Das ist, meldet er sich nicht! Nein! Wer? Christian, das ist der mit den silbernen Haaren, den kennst du doch Ich habe ein Verhältnis mit meinem Prof, müssen Sie wissen Aber Sex mit Grauhaarigen gilt hier ja als Leichenfledderei Könntet ihr vielleicht mal einen Moment... Du weißt doch nicht gemeint Wie alt sind Sie denn eigentlich? Freddy! 40 Mensch Mama, weißt du noch, wie wir vor zehn Jahren deinen 40. Geburtstag gefeiert haben, in dieser Burg am Rhein? Oh, das war so romantisch Ich habe gelogen Ich bin, äh, 44 Was wolltest du sagen? Ich... Ich wollte sagen, dass wir... Sagen Sie, Enrico, könnten Sie uns heute vielleicht ein bisschen die Gegend zeigen? Das wäre unwahrscheinlich nett Worum geht's denn, Mama? Geht's um deinen Geburtstag? Ein Gärtner als Fremdenführer Ach gut! Aber vorher sollten Sie mal gründlich wässern Der Oleander da drüben, der hängt schon so vertrocknet wie ein alter Mann Aber natürlich, Signore Ihr Gärtner erfüllt jeden Wunsch Guck mal, da hinten die Bäume Das sind Zypressen Guck mal, und da unten, das ist ein Malfi Da kommen wir her Das ist der Malfi Und hinter diesem Pass, da liegt Ravello Und diese römische Villa, das ist die Villa Cimbrone Schön, was? Ein wunderbarer Aussicht, oder? Ein wunderbarer Aussicht, oder? Mensch, Mama, ist das schön hier Aha Seit wann sind Sie schon Gärtner? Seit wann? Seit wann? Er... Es traf mich sozusagen unfreiwillig Über Nacht Über Nacht? Ja Mich auch Ich wollte so gern studieren Literaturwissenschaften Mhm Na, stattdessen hab ich mich... Vorsicht! Danke Mami, darf ich spielen gehen? Ja, gern Guten Morgen, können Sie die Post mitnehmen? Wenn's unbedingt sein muss Wir sind bis heute Nacht nach Haus gekommen Oder spät Wann fliegst du heute an? Um sechs Hast du die Rechnung von meiner Autoversicherung bezahlt? Längst erledigt Mama, hast du Erdnungsbutter gekauft? So ein Shit, ich hab gleich eine Klausur Strafrecht Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal einkaufen gingst? Wo kommst du überhaupt jetzt her? Von Christian, warum? Der von der Uni? Mit den grauen Schläfen? Ja, und es war eine geile Nacht Neidisch? Nein Ich hab die Klausur schon mal vermasselt Und duschen muss ich auch noch Seeberg? Nein, ich fall in fünf Minuten los Ja, kann ich machen Nein, nicht vor 18 Uhr Gut, bis gleich Herrgott nochmal Deine Erdnungsbutter bring ich dir heute Abend Hallo Süße Ja? Hast du gut geschlafen? Ja? Ich auch Wir werden ein wunderbares Wochenende haben Es ist ein ganz unzauchendes Häuschen direkt hinterm Deich Weißt du anziehen sollst? Wieso willst du was anziehen? Ja, ich hol dich ab wie verabredet Bis heute Abend Ich küss dich auch Buongiorno Enrico Buongiorno Signora Ecco il suo panino Voila Bitte Das sieht aber gut aus Moment Il caffè Buone zucca Mimma Sie sind dein Schatz Enrico Ciao Grazie Arrivederci Halt, Mama, halt! Ach, schrei doch nicht so Komm, kannst du das nie Andere Mutter können das Ups Ups Okay Hallo Schätzchen Oma! Stell dir vor Ton fällt aus Tut mir so leid, Mama Aber Katjas Mutter muss heute dringend zum Zahnarzt Der Hort ist noch geschlossen Und ich mein, der Babysitter Kostet ein Vermögen Ist schon gut, Kleines Komm, Anna Wer ist es denn? Welches Hotel? Für dein Fünfzigsten Einen Fünfzigsten Kann man das vielleicht ein bisschen netter umschreiben Komm, Kleines, fahr los Dann ist dein Chef wieder sauer Danke, Mann Siehst du, Mucksmäuschen, Stejaten Siebert? Du hast nur angesprochen? Ja, gib mir kurz Nuss-Vinigret Nein, das geht Ihnen gar keinem vor Mein Mann ist Aspartiker Nein Nein, mein Mann reagiert auf Nüsse mit einem Erstickungsanfall Denkst du bitte an die Architektin aus München in 10 Minuten? Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn Sie die neuen Menüvorschläge mir einfach durchfaxen würden? Gute Idee Ja, auf Wiederhören Dann, Schätzchen, du kannst hier nicht malen Geh da rüber an den Tisch Komm Ich mag aber hier mal Nein, nein, nein Hier Frau Kaminski Welchen Umstand habe ich denn Ihren Besuch zu verdanken? Ihre Frau Mutter hat mich heute Morgen vor die Tür gesetzt Was ist laut? Ich höre nicht zu Du fragst mich, was los war? Hallo, Mutter Warum regst du dich auf? Musst du dich immer so aufregen Mutter Wir haben jetzt in dieser Stadt fast alle Frauen zwischen 40 und 60 restlos durchgetestet Du hast die Person eingestellt Nimm du sie Sie hat mich heute Morgen aus dem Tiefschlaf gerissen Aus dem Tiefschlaf wann? Um 10? Der Kaffee schmeckt wie kalter Fisch Kaffee? Du sollst überhaupt kein Kaffee trinken Und außerdem um halb elf sollst du deine Tabletten nehmen Aber wie du möchtest, Mutter Im Albertustift wird sicherlich bald ein Zimmer frei Das weißt du sehr genau Weißt du, was ich glaube? Du wirst alt und unerträglich Ich gehe in kein Heim Ich komme noch sehr gut allein zu regnen Die 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 Johannes? Ich komme gleich averages Athens agen ist was? Was ist denn mit dem Mittel April? Der Nudelauflauf passiert. Den hat Papa gegessen. Ich muss los. Ich schlafe heute Nacht bei Christian. Tschüss. Äh, wie ging's denn mit der Klausur? Restaurant? Seeberg? Pardon, wie war nochmal der Name? Mann? Vandenbroek. Aus Holland. Ach, das nette Wochenendhäuschen. Wie? Bei meinem Mann und wer? Ich? Das hab ich ganz vergessen. Neue Matratze. Schön. Und der Schlüssel liegt beim Kaminholz. Gute Idee. Ja, dankeschön. Auf Wiederhören. Liebling, ich muss los. Auf der Hose vom hellen Anzug ist ein kleiner Rotweinfleck. Vielleicht könnte die irgendwer in die Reinigung bringen. War was? Ob was war? Nein. Nur ein Anruf wegen meinem Geburtstagessen, weißt du? Nimm dir das Wochenende frei. Entspann dich. Reicht doch, wenn ich durcharbeite. Viel Erfolg in München, Johannes. Ruf dich an. Wer hatte sie denn diesmal? Hä? Siebzehn? Hä? Du mieses Dreckstil! Wo bist du? Soll ich dir das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich? Ich bitte Sie Das habe ich doch längst hinter mir Verstehen Sie, es ist aus Immer wieder habe ich ihn verziehen Immer wieder ich, seine wahre Liebe Keine andere bedeutet ihm so viel wie ich Dieser Schmus Was? Fällt euch meiner dennis Originelleres ein? Ich mache Ihnen Kaffee Betrügen Sie Ihre Frau auch? Meine Frau hat mich verlassen vor sechs Jahren Übliche Wohnung haben Sie hier Wirklich keinen Zucker? Mh-mh Doch Einen Löffel Nein, zwei Vielleicht Ist Ihre Ehe Ihre Liebe Vielleicht ist das alles zu Zu was? Zu elastisch Ja Sie lassen sich ganz sein Zu viel gefallen Wer verlässt morgens als Ärzte das Haus? Sie? Wer arbeitet hart und kommt müde zurück? Sie? Und wer geht für die ganze Familie einkaufen? Auch Sie? Die Mülltonnen zum Beispiel Ihr Mann hört keinen Finger Sie stellen sie raus Jede Woche? Immer wieder? Und er denkt nicht dran Oder das fährt ihre Tochter Sie stellt das direkt vor ihr Auto Ohne Rücksicht Jeden Tag Ich muss gehen Und spannen Sie mal aus Ausspannen? Wie denn? Enrico Sie? Sagen Sie Also nur für den Fall Würden Sie mich vielleicht Ich meine Würden Sie mich Was? Begleiten Wo ihm? Nizza zum Beispiel Oder kennen Sie Capri? Das ist sehr schön Das ist Strand Meer Ich bezahle auch alles Es ist kein Problem Ich mache das Für den Laden finden Sie doch sicherlich jemand Und ich dachte auch, das wäre für Sie Wozu? Wozu? Naja Urlaub? Vergessen? Sie sagten doch, ich solle ausspannen Ich muss raus hier Mir wird das hier alles ein bisschen zu Naja, ich dachte Sie wollen es im Heim zahlen Sie wollen sich rächen mit mir an ihm Aber ich dachte doch nicht Ich bitte Sie, Signora Sie brauchen doch nur mit dem Finger zu schnipsen Schon springt ein Garten aus der Hecke Sie sind ein Schatz, Enrico Ciao Grazie Arrivederci Halt Mama, Halt Ach, schrei doch nicht so Komm, kannst du das nie Andere Mutter können das Ups Okay Hallo Schätzchen Oma Stell dir vor Ton fällt aus Tut mir so leid, Mama Aber Katjas Mutter muss heute dringend zum Zahnarzt Der Hort ist noch geschlossen Und ich meine, der Babysitter Kostet einfach Ist schon gut, Kleines Komm, Anna Wer ist es denn? Welches Hotel? Für dein 50. Am 50. Kann man das vielleicht ein bisschen netter umschreiben Komm, Kleines Fahr los Was ist dein Chef wieder sauer? Danke, Mama Sie ist auch Mucksmäuschen still Ja, Anna Siebert Du hast nur Hat sie gesprochen? Ja, gib mir einen Kuss Nuss-Vinigrette Nein, das geht ihm gar keinem Fall Mein Mann ist Aspartiker Mann Nein, mein Mann reagiert auf Nüsse mit einem Erstickungsanfang Denkst du bitte an die Architektin aus München in 10 Minuten? Sag Sie, was halten Sie davon, wenn Sie die neuen Menüvorschläge mir einfach durchfaxen würden? Gute Idee Ja, auf Wiederhören Nein, Schätzchen, du kannst hier nicht malen Geh da rüber an den Tisch Komm Ich mag aber hier mal Nein, 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 hier Oh, Frau Kaminski Welchen Umstand habe ich denn Ihren Besuch zu verdanken? Ihre Frau Mutter hat mich heute Morgen vor die Tür gesetzt Was ist laut? Ich höre nicht zu Du fragst mich, was los war? Hör zu, Mutter Nun überregst du dich auf Musst du dich immer so aufregen Mutter Wir haben jetzt in dieser Stadt fast alle Frauen zwischen 40 und 60 restlos durchgetestet Du hast die Person eingestellt Nimm du sie Sie hat mich heute Morgen aus dem Tiefschlaf gerissen Aus dem Tiefschlaf wann? Um 10? Der Kaffee schmeckt wie kalter Fisch Kaffee? Du sollst überhaupt kein Kaffee trinken Und außerdem um halb elf sollst du deine Tabletten nehmen Aber wie du möchtest, Mutter Im Alberto-Stift wird sicherlich bald ein Zimmer frei Das weißt du sehr genau Weißt du, was ich glaube? Du wirst alt und unerträglich Ich gehe in kein Heim Ich komme doch sehr gut allein zu Recht Ich komme doch sehr gut allein zu Recht Ich gehe in kein Heim Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum sind die Farben hier so anders als bei uns? Möchtest du ein Glas Wasser? Kaffee wäre mir lieber! Kindchen! Was willst du hier? Dein Mann ist auf einer anderen ausgerutscht. Na und? Er ist mich zufrieden damit, Mutter. Er braucht diese Affären. Von seinem schwachen Selbstbewusstsein. Du hast mir mal gesagt, ich soll mich von ihm trennen. Weißt du das noch? Ja, vor 20 Jahren. Himmel, du wirst jetzt pralle 50. Du bist ja so aufbauen, Marie. Dankeschön. Verschwendest dein Vermögen für diese Ruine. Was willst du? Zum neuen Erdteilen aufbrechen? Ich bitte dich. Dein Mann ist heiße Luft. Ja. Aber er macht eine gute Figur an meiner Seite. Ich weiß, ich weiß. Na ja, hat Kunstsinn. Was man von deinem Vater nicht behaupten konnte. Saubere Fingernägel. Himmel. 28 Jahre Ehe. Barbara. Ihr seid Freunde. Oh. Hallo. Hallo, ist ein Sifrau Zeeberg. Ja. Ja. Die Ehefrau. Siehst du aus? Was ist passiert? Ach nix. Nix Schlimmes. Und wo ist mein Vater? Ach, der ist mit der Ambulanz in ein Siegerhaus gebracht. Sein Bein war ganz kaputt. Aber ihr ist nichts passiert. Ihr? Welcher ihr? Dunkelhaare. Lecker Meisch. Können Sie hier bitte unterzeichnen? Dunkle Haare. Lecker. Und wie alt? 20? War so, oder? Wissen Sie was? Für den unterschreibe ich nicht. Der kann mich mal, mein Vater. Hat sie nicht gesagt, wohin sie geht? Alfredo, irgendwas gefragt. Eine Nachricht hinterlassen. Nein. Alfredo, ich mitte dich. Wo ist sie? Ja, ich mitte mich. Sprecher. Ja, ich bin ich. Manche, ich bin der Mannschaft, die Mannschaft in der Mannschaft. Und wenn ich die Blumen in die Zimmer? In ihr Zimmer? Alfredo, die Signora ist wie... Wie eine Suss-Limoncello. Schüsse, Signora. Ist ihr noch frei? Prego. Um eine Liebe zu vergessen, eine Liebe zu finden und eine Liebe zu leben. Darum kommen wir von mir hier. Ciao, Antonio. Come stai? Hey, Enrico. Wie geht's denn? Bis dahin. Anton? Vielen Dank. Vielen Dank. Sie leben hier nicht mehr zusammen. Ah ja? Er ist hübsch, der Engel. Sie können ihn haben? Sie können hier alles haben. Für Sie mag ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein. Will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ah ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um fünf aus dem Bett. Sie arbeitete in einem Labor. In der Klinik. Der Uniklinik. Und ich kam nie vor zwei nach Haus. Ich war Chef-Cock bei Luigi. Bei Luigi? Mhm. Aha. Weisst du, was Liebe ist? Liebe ist, wenn man in dem anderen lesen kann, wie in einem spannenden Buch. Aber man muss es aufschlagen wollen und kennen, das Buch. Immer wieder. Jeden Tag. Als sie weg war, habe ich die Stellung. Johannes? Kommen gleich. Ready? Ist was? Was ist denn mit dem Nudelauflauf passiert? Den hat Papa gegessen. Ich muss los. Ich schlafe heute noch bei Christian. Tschüss. Äh, wie ging es denn mit der Klausur? Restaurant? Seeberg? Pardon, wie war noch mal der Name? Vandenbroek? Aus Holland? Ach, das nette Wochenendhäuschen. Wie? Bei meinem Mann und wer? Ich? Das habe ich ganz vergessen. Neue Matratze. Schön. Und der Schlüssel liegt beim Kaminholz. Gute Idee. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wie bringe ich das los? Auf der Hose vom hellen Anzug ist ein kleiner Rotweinfleck. Vielleicht könnte die irgendwer in die Reinigung bringen. War was? Ob was war? Nein. Nur ein Anruf wegen meinem Geburtstagessen, weißt du? Nimm dir das Wochenende frei. Entspann dich. Reicht doch, wenn ich durcharbeite. Hm? Viel Erfolg in München, Johannes. Ruf dich an! Wer hatte sie denn diesmal? Siebzehn? Du mieses Dreckstück! Du mieses Dreckstück! Es ist Laufen. Ich kann jemanden nachsehen. Hallo. Okay, Gambe. Ich hoffe, Sie waren mal eine wilde Tänzerin. Wild? Nein, begnadet. Ja, ja, das war ich. Diese Beine, schade. Sie werden allmählich unförmig. Unförmig? Wie kommen Sie denn darauf? Rollstuhl, ständige Zitzen, Passivität. Wir sollten endlich ein Restaurant für deinen Geburtstag aussuchen. Der hat was, dein Gärtner. Ne? Marie, möchtest du dich nicht setzen? Nein! Jetzt im Augenblick jedenfalls nicht. Da! Das muss Ihre Familie sein. Madonna, Sie haben schon Ihre Familie geholt. Er meins Ernst. Mario! Mario! Hey! Guarda! Sie haben Ihre Familie geholt. No. Wir müssen Sie einladen. Nein! Enrico mag das. Jetzt verstehe ich, warum er nicht unterschreibt. Die Deutsche hat Geld. Sie kauft die Villa. Und er zahlt uns aus. Ja? Moment, bitte. Ja? Verstehe. Hier. Ja, schon gut. Danke, Omi. Was siehst du? Ich hab sie verhauen. Ich hab Strafrecht schon wieder verhauen. Ich schaff dieses beschissene Studium nie. Denk nicht drüber. Enrico! Amüsierst du dich gut? Doch. Ja. Vielleicht schämst du dich auch für ganz was anderes. Wofür? Ich bin ein Typ von der Strasse. Ein Lieferant. Für Pasta und Proschutto. Ist doch peinlich. Für eine Frau wie dich. Wie bitte? Das ist doch Unfug. Ah ja? Aber deine Töchter sind erwachsen. Warum sagst du es ihnen nicht? Steh zu dir. Und steh zu mir. Gute Nacht. wissen wir gerne. Amongst die Zander versums nicht aufgeteilt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Villa meine ich. Und heute Abend feiern wir da. So richtig? Es wird Ihnen gefallen. Das weiß ich. Barbara? Barbara. Arrivederci. Das war's für heute. Stellt euch vor, wo sie ist. Das ratet ihr nie. Warum denn? In Italien. Ach, ich sehe nie. Doch. Notella Bussola in der Manfi. Wer? Oma? Anna, du gehst jetzt besser mal nach oben. Ich war bei ihr im Büro. Warum kann ich denn nicht hier mal hin? Lass Sie doch hören, was das für ein Mensch ist, mein Herr Schwiegersohn. Der wer? Niemand. Du darfst auch nur im Fernsehen, ja? Darf ich doch sowieso. Tee, bitte. Das ist jetzt auch noch mit den Armen, Oma. Na, Papa liebt sie doch. Warum tut er das? Was hat Sex mit Liebe zu tun? Oma! Und was machen wir jetzt? Mama hockt da einsam in ihrem Hotel und tollt sich die Augen aus. Die Touristen sind schön, kapisch? Warum kommen sie nicht mehr? Wir haben die Pizzeria nur renoviert, aber niemand kommt. Was? Was? Und wenn du einmal anfängst mit Schulden, bis hier ersticken sie dich. Serafiena, wir verkaufen... Die weg? Nein, ich fahre in fünf Minuten los. Ja, kann ich machen. Nein, nicht vor 18 Uhr. Gut. Bis gleich. Herrgott noch mal! Deine Erstausbutter bringe ich dir heute Abend. Hallo Süße. Ja? Hast du gut geschlafen? Ja? Ich auch. Wir werden ein wunderbares Wochenende haben. Das ist ein ganz unzauberndes Häuschen direkt hinterm Deich. Was du anziehen sollst? Wieso willst du was anziehen? Ja, ich hole dich ab, wie verabredet. Bis heute Abend. Ich küsse dich auch. Buongiorno Enrico. Buongiorno Signora. Ecco il suo panino. Voila. Bitte. Hm, das sieht aber gut aus. Moment, ihr Kaffee. Buongiorno Zucca, vima. Ah, sie sind dein Schatz, Enrico. Ciao. Grazie. Arrivederci. Halt, Mama, halt! Ach, schrei doch nicht so. Warum kannst du das nie? Andere Mutter können das. Ups. Okay. Hallo Schätzchen. Oma! Stell dir vor, Ton fällt aus. Tut mir so leid, Mama. Aber Katjas Mutter muss heute dringend zum Zahnarzt. Der Hort ist noch geschlossen und, ich meine, der Babysitter... Kostet einfach mal. Ist schon gut, Kleines. Komm, Anna. Wer ist es denn? Wirkliches Hotel? Für dein Fünfzigsten. Ein Fünfzigsten. Kann man das vielleicht ein bisschen netter umschreiben. Komm, Kleines. Fahr los. Dann ist dein Chef wieder sauer. Danke, Mann. Dann siehst du, Mucksmäuschen, Stillianne... Seeberg! Und du weißt nur... Hat die besprochen? Ja, gib den Kuss. Nuss-Vinigrette! Nein, das geht Ihnen gar keinem Fall. Mein Mann ist Aspartiker. Mom! Nein, mein Mann reagiert auf Nüsse mit einem Erstickungsanfall. Denkst du bitte an die Architektin aus München in zehn Minuten? Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn Sie die neuen Menüvorschläge mir einfach durchfaxen würden? Gute Idee. Ja, auf Wiederhören. Dann, Schätzchen, du kannst hier nicht malen. Geh da rüber an den Tisch. Komm. Ich mag aber hier mal. Nein, nein, nein. Hier. Oh, Frau Kaminski. Welchen Umstand habe ich denn Ihren Besuch zu verdanken? Ihre Frau Mutter hat mich heute Morgen vor die Tür gesetzt. Was ist laut? Ich höre nichts. Lass mich in Ruhe. Ja? Was? Welcher Tischmuck? Was ist damit? Nein. Nein. 50 Rosen. Nein, nein, nein. Lassen Sie mich den Tischschmuck machen. Ich kümmere mich darum. Ja. Bitte. Wiederhören. Ich will niemals sehen. Ich will niemals sehen. Hören Sie, vergessen Sie sie. Es war nur so eine Idee, weil ich nicht gern allein... Ach. Schwamm drüber. Ich wollte Sie nicht verletzen. Wann? Morgen? Was morgen? Capri. Zu touristisch. Amalfi. Amalfi. Die Maschine nach Neapol geht morgen um 12.20 Uhr. Amalfi? Nicht gut. Doch. Schon? Mama, spinnst du? Wo willst du denn hin? Wo ist denn Papa davon? Papa? Das ist alles organisiert. Mein Büro übernimmt das Ausladen der Gäste. Wenn ich zurückkomme, feiern wir im kleinen Bereich. Hast du Hitzewallungen? Zum Nachtisch gibt es Sorbeto-Champagne mit Mandelkrapfen. 70 Gäste sind geladen und du willst jetzt kneifen? Mutter. Du nimmst deine Pillen, die gelben und die grünen, vormittags und mittags die roten. Meine Tochter hat den Verstand verloren. Ja. Das brauche ich nicht mehr. Aber wie sollen wir dich erreichen? Anna, du passt auf deine Mutter auf. Oma, nimm dich doch mit. Sie hat den Verstand verloren. Stopp, stopp. Sie können alles wieder aufladen. Hältst du mich für verrückt? Nein. Ich halte dich für etwas sehr Besonderes. Ich mag Frauen, die das Leben lieben. Weisst du? Die weiterlaufen, auch wenn ihre Männer sie betrügen. Oder sie sich mit ihren Schuhen in Fischernetzen verrädern. Ich kann aber nicht mehr. Ja, dann setz dich doch in Omas Stuhl hier. Guck mal. So. Ja. Jetzt aber schnell. Wann sind Fisch da? Ich war auch noch nicht hier. Oma, wir kommen! Was war das? Sie bringen dein Gepäck. Das geht in Ordnung. Was für ein schrecklicher Berg. Der hört ja niemals auf. Wie soll denn da ein normaler Mensch jemals hochkommen? Oma! Oma, da bist du ja! Hallo. Wo kommt ihr denn her? Hallo, Mama. Papa ist so ein Schuft. Wir lassen dich doch nicht allein an deinem Geburtstag. Aber ich hab doch im Büro ausdrücklich gesagt, dass ich nicht... Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Was machst du hier? In dieser Ruine? Und wer ist der junge Mann? Ja, wir sollen's nicht vorstellen. Doch, natürlich. Das ist, ähm, Enrico. Enrico... Enrico Aleramo. Das hab ich vorstell' meine Familie. Parlez-vous, Salman, junger Mann? Aber klar. Sie auch? Wir sind nicht in Frankreich, Oma. Buff. Wannst du auch hier? Wer? Enrico? Nein. Natürlich nicht. Enrico wohnt im... Im Gartenhaus, da irgendwo bei den Zitronenbäumen da hinten. Sie sind der Gärtner? Da sieht man diesen... ...und eine Liebe zu vergessen. Eine Liebe zu finden und eine Liebe zu leben. Darum kommen meine Frau mir her. Ciao, Antonio. Come stai? Hey, Enrico. Wie geht's denn? Bist du wieder da? Anton, die Dame ist mein Gast. Wie bitte? Antonio. Arrivederci. Senora. Arrivederci. Aber bleiben Sie doch. Vielleicht treffen wir uns wieder am Strand. Pisa. Merci. So eine Unverschämtheit. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich hab Sie doch hier nicht als Anstandsvobor engagiert. Was hat der Gute Ihnen erzählt? Dass die Touristen aus drei Gründen hierher kommen? Und die Zeitung unter seinem Arm? Hat er nie gelesen? Die ist noch von 82. Als Italien Fussballwettmeister wurde. Barbara. Barbara, bitte. Wir wollen nochmal von vorne fangen. Bitte. Hören Sie zu, ich mach Ihnen einen Vorschlag. Ja. Wir zwei auf der Fähre gehen an Land. Falsch. Ich gehe an Land. Sie kommen drei Fähren später. Auch gut. Mhm. Wie Sie wollen. Aber das Fantastische ist, Amalfi ist nur ein Quadratkilometer. Und wir laufen uns immer wieder über den Weg. Dann lassen wir es doch drauf ankommen. Sie gehen da hinunter und ich da. Arrivederci. Ich gebe es ja zu. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Barbara, das ist meine Heimat hier. Und ich wäre heute so oder so hierher gekommen. Bitte. Auch wenn meine Familie hier lebt, wird sie absolut diskret. Ach ja. Hören Sie. Ja. Das Ganze mit uns. Das war ein Irrtum. Geben Sie mir noch eine Chance. Sie wollten sich doch amüsieren. Genau. Wissen Sie, was ich glaube? Der Mut verletzt Sie. Und ich habe Sie so bewundert für Ihr unmoralisches Angebot. Schön. Zugegeben. Nicht gleich am Anfang. Aber übelig, Barbara. Wie Sie mich um Begleitung gebeten haben. Übrigens habe ich hier ein Schloss. Naja. Eine alte Villa. Ich würde sie Ihnen gerne zeigen. Vielleicht. Ist Ihre Ehe. Ihre Liebe. Vielleicht ist das alles zu. Zu was? Zu elastisch. Ja. Sie lassen sich ganz sein. Zu viel gefallen. Wer verlässt morgens als Ärzte das Haus? Sie. Wer arbeitet hart und kommt müde zurück? Sie. Und wer geht für die ganze Familie einkaufen? Auch Sie. Die Mülltonnen zum Beispiel. Ihr Mann rührt keinen Finger. Sie stellen sie raus. Jede Woche. Immer wieder. Und er denkt nicht dran. Oder das fährt ihre Tochter. Sie stellt das direkt vor ihr Auto. Ohne Rücksicht. Jeden Tag. Ich muss gehen. Und spannen Sie mal aus. Ausspannen. Wie denn? Sie. 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 Ich meine. Würden Sie mich. Was? Begleiten. Wohin? Nizza zum Beispiel. Oder kennen Sie Capri? Das ist sehr schön. Das ist Strand. Meer. Ich bezahle auch alles. Es ist kein Problem. Ich mache das. Für den Laden finden Sie doch sicherlich jemand. Und ich dachte auch, das wäre für Sie. Sie. Wozu? Wozu? Naja. Urlaub? Vergessen? Sie sagten doch, ich solle ausspannen. Ich muss raus hier. Mir wird das hier alles ein bisschen zu. Na ja, ich dachte. Sie wollen es im Heim zahlen. Sie wollen sich rächen mit mir an ihm. Aber ich dachte doch nicht. Ich bitte Sie, Signora. Sie brauchen doch nur mit dem Finger zu schnipsen. Schon springt ein Garten aus der Hecke. Danke für Ihr Angebot. Schlafen Sie eine Runde. Sie sind ja ganz erschöpft. иться bei Lockdown Mein Leben! Meine Einzige! Ich habe die Hölle durchlebt. Ich wusste ja nicht, wo du bist. Es tut mir so leid. Das wollte dir nicht wehtun. Ich hab dir noch gar nicht gratuliert. Später, Johannes. Morgen! Ja? Hallo, Mama. Mir... tut das alles irgendwie so leid. Ich... ich weiß auch nicht, wie das alles so... Aber wir kommen morgen nach Hause, ja? Und wir bringen auch deine Sachen mit. Ist gut, Freddy. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke, dass wir hier heute nur mal schlafen dürfen. Wir räumen dann hier auch noch alles auf, ja? Was hat sie davon? Kindische Geheimnistuerei. Warum sagt sie uns denn nicht, was los ist? Sie massen sich kein Urteil an. Sie nicht. Und schon gar nicht. über ihre Tochter. Du bist ja schon auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke. Pulverkaffee. Nanu? Der Engel hat ja den Kopf verloren. Kein Wunder. Er hat sich verliebt. Und jetzt bekommt er Kopf und Gefühl. Die Liebe und dieses ganze Leben hier nicht mehr zusammen. Ah ja? Er ist hübsch, der Engel. Sie können ihn haben. Sie können hier alles haben. Für sie mag ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein. Will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ah ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um fünf aus dem Bett. Sie arbeitet in einem Labor. In der Klinik. Der Uniklinik. Und ich kam nie vor das Weihnachthaus. Ich war Chefkoch bei Luigi. Bei Luigi? Aha. Weisst du, was Liebe ist? Liebe ist, wenn man in dem Anderen lesen kann. Wie in einem spannenden Buch. Aber man muss es aufschlagen wollen und kennen, das Buch. Immer wieder. Jeden Tag. Als sie weg war, habe ich die Stelle aufgegeben. Zu spät. Siehst du den Zopf meiner Mutter? Sie hatte einmal ihr Haar wie du. Mein Vater hat es noch berührt. Kurz bevor er starb. Seitdem lässt sie es wachsen. Darf ich dich auch was fragen? Mhm. Wollen wir dann? Sie können hier alles haben. Für sie mag ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein. Will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ah ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um fünf aus dem Bett. Sie arbeitet in einem Labor. In der Klinik. Der Uniklinik. Und ich kam nicht vor zwei nach Haus. Hm. Ich war Chefcock bei Luigi. Bei Luigi? Mhm. Aha. Weisst du, was Liebe ist? Liebe ist, wenn man in dem Anderen lesen kann. Wie in einem spannenden Buch. Aber man muss es aufschlagen wollen und kennen, das Buch. Immer wieder. Jeden Tag. Als sie weg war, habe ich die Stelle aufgegeben. Zu spät. Siehst du den Zopf meiner Mutter? Hm. Sie hatte einmal ihr Haar wie du. Mein Vater hat es noch berührt. Kurz bevor er starb. Seitdem lässt sie es wachsen. Darf ich dich auch was fragen? Mhm. Wollen wir tanzen? Du und ich? Ciao, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht. Weisst du, was ich toll fand? Was? Meine Heimat hier. Und ich wäre heute so oder so hierher gekommen. Bitte. Auch wenn meine Familie hier lebt, wird sie absolut diskret. Ach ja. Hören Sie. Ja? Das Ganze mit uns. Das war ein Irrtum. Geben Sie mir noch eine Chance. Sie wollten sich doch amüsieren. Genau. Wissen Sie, was ich glaube? Der Mut verletzt sie. Und ich habe sie so bewundert für ihr unmoralisches Angebot. Schön. Nicht gleich am Anfang. Aber eben liegt Barbara. Wie sie mich um Begleitung gebeten haben. Übrigens habe ich hier ein Schloss. Naja. Eine alte Villa. Ich würde sie Ihnen gerne zeigen. Ich liebe sie. Hä? Die Villa meine ich. Und heute Abend feiern wir da. Ja. So richtig. Es wird Ihnen gefallen. Das weiß ich. Barbara? Barbara. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. 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 Ja. Darf ich doch sowieso. Tee bitte. Das ist jetzt auch noch mit den Armen, Oma. Na, Papa liebt sie doch. Warum tut er das? Na. Was hat Sex mit Liebe zu tun? Oma. Und was machen wir jetzt? Mama hockt da einsam in ihrem Hotel und tollt sich die Augen aus. $0,500. $1,500. $5,500. Sie haben mir gar nichts zu erklären, ich will gar nichts von Ihnen wissen. Sie haben nämlich gar keine Anja. Gehen Sie alle raus hier! Wo ist sie? Wo ist Barbara? Sie bringt dir Unglück. Lass sie! Barbara! Barbara! Barbara, warte! Barbara! Barbara! Barbara, bitte! Du hast dir gedacht, ich probier's mal, hm? Das hast du ja geschickt eingefädelt, alle Achtung! Da steht doch alles nicht! Nein, nein, dieses Kaffee muss da sein und das Hotelzimmer! Kein Meerblick, ein exklusiver Blick auf die Baustelle! Bitte, Barbara! Das Zimmer hast du bestellt! Weisst du was? Vergiss es! Probewohnen im Schloss! Blütenblätter auf dem Kopfkissen! Donnerwetter! Barbara! Barbara! Barbara, warte! Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung? Im letzten Sommer war das. Morgens, um halb acht, Deine Bluse war so blau wie der Himmel hier. Du standst mir gegenüber in der Haustür. Einen Arm halb im Jackett. Dein Lieblings-Jackett vermutlich. Jedenfalls ist es hier, an den Ellenbogen leicht abgenutzt. Mit der anderen Hand hast du dir Klipse an die Ohren gesteckt. Diese grossen mit den gelben Steinen und mit den Füssen. Du bist in deine leichten Sandaletten geschlupft. Alles auf einmal, Barbara. Verstehst du? Du willst immer alles auf einmal. Gehen wir denn jetzt eigentlich in deinen Geburtstag rein, Mama? Gehen wir heute Abend essen oder kochen? Essen. Ja? Ah ja. Essen muss ich mit euch. Aber kochen darf ich alleine. Wunderbar erdrückend, ihr doch alle seid. Ich habe euch nicht gebeten, mir meinen Geburtstag zu vermasseln. Allein wollte ich sein, hört ihr? Alleine. Ihr könnt mich alle mal. Und du mich auch. Wunderbar. Das war's für heute. Das war's für heute. Mama? Amelie? Was ist denn mit dir passiert? Meinst du, das gefällt ihm? Wem? Mit deinem Gärtner. Mama? Raus! Mama. Und reicht es jetzt? Hast du dich genug gerecht? Denke ja. Wohin gehst du? Ich klopfe mal bei meiner Schwester an. Vielleicht hat die ein Bett für mich. Aber weisst du, was nett wäre? Wirklich nett. Natürlich nur, wenn es dir keine Probleme macht. Was? Wenn du mir aus meinem Haus meine Tasche geben könntest. Erszt, weisst du? Et Vigo? Et Vigo? Wohin? Dann. Nein, nein, so ist das Leben. Haben Sie sich verirrt? Was ist das für ein Haus? Wer wohnt da drin? Ich. In meinen Ferien. Ganz allein? Ja. Seit mein Grossvater starb. Er hatte die Villa meiner Vater. Und er hat sie uns vererbt. Meine Schwester und mir. Aber sie wohnt unten am Aachen. Diese alte Villa hier, das frisst einen auf. Darum... Ich habe ihn alles aufgegessen. Ratze Putzlea. Enrico, warum sagst du denn nicht, dass sie hier ist? Willst du uns nicht vorstellen? Meine Schwester Serafina, Barbara Zeeberg aus Deutschland. Guten Tag, Frau Zeeberg. Wie schön. Mein Bruder hat ja schon so lange niemanden mehr mitgebracht seit seiner Scheidung. Sie muss ja nur wieder meine Mutter kennenlernen. Germania, ja? Mein Sohn ist fast Deutscher. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Nun ja. Sie müssen alles erzählen. Und das müssen Sie unbedingt probieren. Bitte schön. Probieren Sie das. Eigener Wein aus Ravello, Sino. Mein Mann Mario. Oh, Caratella! Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Ach. Seit wann versteckst du sie? Aber älter als du, oder? Vergiss es bitte. Du bist verliebt. Ah, Schlingel, du. Oma. Die lieben sich jetzt, oder? Na, Mama hat doch einen Mann. Wenn die vor Mitternacht ihr Liebesnest nicht verlassen haben, dann trinken wir den Champagner alleine. Guck mal. Was ist denn das? Einen Zungenkuss. Anna. Zeig mal. Was für ein wunderschöner Morgen. Wo fahren wir eigentlich hin? Vertrau mir, das ist meine Heimat hier. Schau dir die Sonne an. Schön, was? Ja. Fantastisch. Gleich ziehen wir da. Vorsicht, links. Gut, so? Ja. Achtung, gleich bist du. Vorsicht, der Felsen. Sie, 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 kompensieren. La Grotta dello Smeraldo. Barbara, nur für dich. Ich schenke sie dir, die grüne Grotte. Du bist total verrückt. Vielleicht habe ich es nie gewusst. Was? Wie schön das Leben ist. Wie schön das Leben ist. Freddy, verschnüffelst du Mamas Sachen? Du glaubst es nicht. Was glaubst du, was ich hier habe? Wo lernt man das? Im Jurastudium? Mama hat diesem Typen die Fähre bezahlt. Na und? Welchen ist eure Mutter gewohnt? Der Typ ist ein Gigolo. Wie ich euren Vater kenne, trägt sie auch die Hotelrechnung für seine Liebesnächte. Und nicht nur das, sie hat ihm auch den Flug spendiert. Den Flug hierher? Da haben die sich ja schon in Deutschland. Sie hat ihn abgeschleppt. Und er lässt sich alles zahlen. Ihr auch. Ich schätze nur, ihr zahlt es ihr in geringerer Vierer zurück. Oma, verstehst du nicht. Sie bezahlt für ihn. Sie hat ihn gekauft. So richtig? Ja. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Oma. Guck mal, und da unten, das ist Amalfi. Da kommen wir her. Das ist Amalfi. Und hinter diesem Pass, da liegt Ravello. Und diese römische Villa, das ist die Villa Cimbrone. Schön, was? Ein wunderbarer Aussicht, oder? Mensch, Mama, ist das schön hier. Aha. Seit wann sind Sie schon Gärtner? Seit wann? Seit wann? Er, es traf mich sozusagen unfreiwillig. Über Nacht. Über Nacht? Ja. Mich auch. Ich wollte so gern studieren. Literaturwissenschaften. Mhm. Na, stattdessen habe ich mich... Vorsicht! Danke. Mami, darf ich spielen gehen? Ja, gern. Ich habe mich in den falschen Mann verliebt, wurde schwanger und... Äh, jetzt sortiere ich Bücher ins Regal. Buchhändlerin. Oh, ist die schön. Was ist das für eine? Das? Ja. Eine Blume. Eine Distel. Vielleicht. Eine Distel. Vielleicht. Was redet ihr denn noch so lange? Wir wollen weiter. Wollen wir das? Guck mal, Mama, wie ich was ich gefunden habe. Anna! Komm da sofort weg! Es geht da ganz schnell runter. Es klemmt. Weißt du was? Amelie hat mir gerade erzählt, dass in ihrer Familie niemand so richtig an sie glaubt. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier klemmt was! Das ist auch gut so. Der Arzt hat sowieso gesagt, du sollst laufen. Ich kann aber einen Nagel sehen. Ich hoffe, Sie waren mal eine wilde Tänzerin. Wild? Nein, begnadet! Ja, ja, das war ich. Wunderschön! Hast du diese Ruine hier etwa gekauft? Gehört das jetzt alles uns? Das ist verrückt. Was gerade alles so? Was gerade alles so? Also, wenn ich frustriere, dann schaue ich mir Schokolade. Mama legt was drauf und kauft ein Haus. Hör zu, das ist ja alles so. Also, schön! Jetzt zeigst du uns die Zimmermann-Kette. Jungermann? Bring sie mir doch bitte meine Koffer auf mein Zimmer. Du kannst doch nicht. Mutter! Mutter, ihr könnt doch jetzt hier nicht einziehen! Wozu sind wir dir nachgereist? Damit wir uns hier Postkarten schreiben? Alle Achtung! Gestern ernährst du mich zu deinem Liebhaber. Heute degradierst du mich zum Gärtner. Und morgen? Lass sich der Gärtner vielleicht eine Flasche Wasser mitnehmen? Enrico, warum denn? Ich habe noch einen Termin. Mama, kommst du? Wir kennen uns hier nicht aus! Oma! Das Haus ist riesig, aber unten im Klo. Ja, natürlich gibt es einen Klo. Hier, der Maus, gibt es einen Klo. Entschuldigung, hier gibt es ja unglaublich viele Türen. Ich muss mal ins Bad. Ins Bad. Ja. Ins Bad. Ins Bad ist, ähm... Hier, nein. Hier, lass mich doch mal gucken! Wahnsinn, und die Sachen, die man alle impressen, sind? Was ist denn ein Märchenhaft? Was gibt's denn hier? Hier? Hier schlag ich. Ach, und die Zimmereinteilung steht schon fest? Ja. Wenn die Herrschaften hier unterzeichnen wollen, dann ist alles in Ordnung. Grazie. Die Villa Il Castello aus dem gemeinsamen Besitz von Enrico Aleramo, Sofia Aleramo und Serafina Ruocco, geborene Aleramo, gehört dann der Käuferin, Marina del Cantone. Oh, alles wird gut. Alles wird gut. Und ohne Enrico. Wir müssen verkaufen. Wir brauchen das Geld. Du lebst doch in Deutschland. Was fühlst du wie so eine Villa hier? Seit wann versteckst du sie? Amma. Aber älter als du, oder? Vergiss es, bitte. Du bist verliebt. Ah. Schlingel, du. Schlingel, du. Na nun? Der Engel hat ja den Kopf verloren. Kein Wunder. Er hat sich verliebt. Und jetzt bekommt er Kopf und Gefühl. Die Liebe und dieses ganze Leben hier nicht mehr zusammen. Ah ja? Er ist hübsch, der Engel. Sie können ihn haben? Sie können hier alles haben. Für sie mag ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein. Will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ah ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um fünf aus dem Bett. Sie arbeitet in einem Labor. In der Klinik. Der Uni-Klinik. Und ich kam nie vor das Weihnachthaus. Hm. Ich war Chefkoch bei Luigi. Bei Luigi? Mhm. Aha. Weißt du, was Liebe ist? Liebe ist wenn man... Avanti, per favore. Die Fähre geht in zehn Minuten. Aber zum Hafen geht's da runter. Da war ein Schild. Wir müssen da. Schild für Touristen. Wo hat Touristenfahrer rechts? Wenn das Meer liegt, liegt's. Avanti! Barbara, kommen Sie. Wenn wir diese Fähre verpassen, müssen wir hier übernachten. Ach, Enrico, mein Schuh. Aber was machen Sie denn da? Mein Schuh. Wir müssen uns beeilen. Ach, mein Schuh. Ich bitte Sie, die Fähre geht gleich. Jetzt kommen Sie schon. Beeilen Sie sich doch bitte. Wie kommen Sie darauf? Wann waren Sie das letzte Mal allein? So wie jetzt? In Urlaub? Ohne meine Familie? Nie. Bárbara. Da sie es da Malphi. Musik 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 Könnte es sein, dass das gerade Ihre Mutter war? Und Ihre Schwester wahrscheinlich. Und Ihr Bruder, habe ich recht? Ach, das ändert natürlich alles. Was ist? Kriege ich keinen Kuss? Morgens. Mittags. Wann immer Du willst. Danke für Ihr Angebot. Schlafen Sie eine Runde. Sie sind ja ganz erschöpft. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja? Was? Welcher Tischmuck? Was ist damit? Nein, 50 Rosen. Nein, nein, nein. Lassen Sie mich den Tischmuck machen. Ich kümmere mich darum. Ja, bitte. Wiederhören. Ich will niemanden sehen. Komm, ja. Hören Sie, vergessen Sie sie. Es war nur so eine Idee, weil ich nicht gern allein... Ach. Schwamm drüber. Ich wollte Sie nicht verletzen. Wann? Morgen? Was morgen? Capri. Zu touristisch. Amalfi. Die Maschine nach Neapol geht morgen um 12.20 Uhr. Amalfi? Nicht gut. Doch. Schon? Nein, 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 nein. Vielen Dank. Stellt euch vor, wo sie ist. Das ratet ihr nie. Warum denn? In Italien. Ach, ich sehe nie. Doch. Hotel La Bussola in der Malfi. Wer, Oma? Anna, du gehst jetzt besser mal nach oben. Ich war bei ihr im Büro. Warum kann ich denn nicht hier mal? Lass Sie doch lernen, was das für ein Mensch ist, mein Herr Schwiegersohn. Der wer? Niemand. Du darfst doch mal im Fernsehen, ja? Darf ich doch sowieso. Tee, bitte. Das ist jetzt auch noch mit den Armen, Oma. Na, Papa liebt sie doch. Warum tut er das? Was hat Sex mit Liebe zu tun? Oma. Was machen wir jetzt? Mama hockt da einsam in ihrem Hotel und tollt sich die Augen aus. Die Touristen sind schön, kapisch. Warum kommen sie nicht mehr? Wir haben die Pizzerien nun renoviert, aber niemand kommt. Bast. Bast. Und wenn du einmal anfängst mit Julben, bis hier, ersticken sie dich. Serafina. Wir verkaufen die Villa und passt. Hm? Ich weiß ja, wie du an allem hier hängst. Hier, trink das. Okay. Grazie, André Enrico. Ciao. Enrico, ein Poco di Vino? Nein, nein, so ist das Leben. Rainy! Ist was? Was ist denn mit dem Nullauflauf passiert? Den hat Papa gegessen. Ich muss los. Ich schlafe heute Nacht bei Christian. Tschüss. Äh, wie ging es denn mit der Klausur? Bist du dran? Seeberg? Pardon, wie war nochmal der Name? Vandenbruch. Aus Holland. Ach, das nette Wochenendhäuschen. Wie? Bei meinem Mann und wer? Ich? Das habe ich ganz vergessen. Neue Matratze. Schön. Und der Schlüssel liegt beim Kaminholz. Gute Idee. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wie bringt was los? Auf der Hose vom hellen Anzug ist ein kleiner Rotweinfleck. Vielleicht könnte die irgendwer in die Reinigung bringen. War was? Ob was war? Ob was war? Nein. Nur ein Anruf wegen meinem Geburtstagessen, weißt du? Nimm dir das Wochenende frei. Entspann dich. Reicht doch, wenn ich durcharbeite. Viel Erfolg in München, Johannes. Ruf dich an. Wie alt ist sie denn diesmal? Hä? 17? 17? Du mieses Drittel! 16 Ruf dich an. Oh, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 ... mal von vorne anfangen würden? Wie denn? So? Oder so? Oder so? Oma! Die lieben sich jetzt, oder? Na, Mama hat doch einen Mann. Wenn die vor Mitternacht ihr Liebesnest nicht verlassen haben, dann trinken wir den Champagner alleine. Guck mal. Was ist denn das? Ein Zungenkuss. Anna. Zeig mal. Was für ein wunderschöner Morgen. Wo fahren wir eigentlich hin? Vertrau mir. Das ist meine Heimat hier. Schau dir die Sonne an. Schön, was? Ja. Fantastisch. Gleich ziehen wir da. Oh. Vorsicht, links. Gut, so? Ja. Achtung! Gleich bist du. Vorsicht, der Felsen! Sie, Sie, Sie! Komm, vollziehen! La Grotta dello Smeraldo. Barbara, nur für dich. Ich schenke sie dir, die Grüne Grotte. Du bist total verrückt. Vielleicht habe ich es nie gewusst. Was? Wie schön das Leben ist. Wie schön das Leben ist. Freddy, verschnüffelst du Mamas Sachen? Du glaubst es nicht. Was glaubst du, was ich hier habe? Wo lernt man das? Im Jurastudium? Mama hat diesem Typen die Fähre bezahlt. Na und? Welchen ist eure Mutter gewohnt? Der Typ ist ein Gigolo. Wie ich euren Vater kenne, trägt sie auch die Hotelrechnung für seine Liebesnächte. Und nicht nur das, sie hat ihm auch den Flug spendiert. Den Flug hierher? Da haben die sich ja schon in Deutschland. Sie hat ihn abgeschleppt. Und er lässt sich alles zahlen. Ihr auch. Um eine Liebe zu vergessen, eine Liebe zu finden und eine Liebe zu leben. Darum kommen Männer von mir hier. Ciao, Antonio. Come stay? Wie geht's denn? Wie bist du wieder da? Anton, die Dame ist mein Gast. Wie bitte? Antonio, arrivederci. Signora, arrivederci. Aber bleiben Sie doch. Vielleicht treffen wir uns wieder am Strand. Pisa. Merci. Also, Barbara, die Dame. So eine Unverschämtheit. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich habe Sie doch hier nicht als Anstandsvobor engagiert. Was hat der Gute Ihnen erzählt? Dass die Touristen aus drei Gründen hierher kommen und die Zeitung unter seinem Arm hat er nie gelesen. Die ist noch von 82, als Italien Fussballwettmeister wurde. Barbara. Barbara, bitte. Wir wollen noch mal von vorne fangen. Bitte. Hören Sie zu, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja. Wir zwei auf der Fähre gehen an Land. Falsch. Ich gehe an Land. Sie kommen drei Fähren später. Auch gut. Wie Sie wollen. Aber das Fantastische ist, Amalfi ist nur ein Quadratkilometer. Und wir laufen uns immer wieder über den Weg. Dann lassen wir es doch davor ankommen. Sie gehen da hinunter. Und ich da. Arrivederci. Ich gebe Sie ja zu. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Barbara, das ist meine Heimat hier. Und ich wäre heute so oder so hierher gekommen. Bitte. Auch wenn meine Familie hier lebt, wird sie absolut diskret. Ach ja. Hören Sie. Ja. Das Ganze mit uns. Das war ein Irrtum. Geben Sie mir noch eine Chance. Sie wollten sich doch amüsieren. Genau. Wissen Sie, was ich glaube? Der Mut verletzt Sie. Und ich habe Sie so bewundert für Ihr unmoralisches Angebot. Schön. Zugegeben. Nicht gleich am Anfang. Aber eben liegt Barbara. Wie Sie mich um Begleitung gebeten haben. Übrigens habe ich hier ein Schloss. Na ja. Eine alte Villa. Ich würde Sie Ihnen gerne zeigen. Ich liebe Sie. Hä? Die Villa meine ich. Und das hat mir die Ambulanz in ein Siegerhaus gebracht. Sein Bein war ganz kaputt. Aber ihr ist nichts passiert. Ihr? Welcher ihr? Dunkle Haare. Lecker Meisch. Können Sie hier bitte unterzeichnen? Dunkle Haare. Lecker. Und wie alt? 20? War so. Wissen Sie was? Für den unterschreibe ich nicht. Der kann mich mal, mein Vater. Hat sie nicht gesagt, wohin sie geht? Alfredo, irgendwas gefragt. Eine Nachricht hinterlassen. Nein. Alfredo, ich mitte dich. Wo ist sie? Ich mitte dich. Und wenn ich die Blumen in Zimma in ihr Zimma, in ihr Zimma? Ja, ist es nicht möglich. Alfredo, die Signora ist wie, wie eine Siusse Limoncello. Wie ist es, Signora? Ist ihr noch frei? Prego. Um eine Liebe zu vergessen, eine Liebe zu finden und eine Liebe zu leben. Darum kommen wir von mir her. Ciao, Antonio. Antonio, come stai? Hey, Enrico. Wie geht's denn? Bist du wieder da? Anton, die Dame ist mein Gast. Wie bitte? Antonio, arrivederci. Signora, arrivederci. Aber bleiben Sie doch. Vielleicht treffen wir uns wieder am Strand. Anton, warte. So eine Unverschämtheit. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich hab Sie doch hier nicht als Anstandsvobor engagiert. Was hat der Gute Ihnen erzählt? Dass die Touristen aus drei Gründen hierher kommen? Und die Zeitung unter seinem Arm, hat er nie gelesen. Die ist noch von zwei und 80. Als Italien-Fussball-Wettmeister wurde. Barbara. Barbara, bitte. Freddy, verschnüffelst du Mamas Sachen? Du glaubst es nicht. Was glaubst du, was ich hier habe? Wo lernt man das? Im Jurastudium? Mama hat diesem Typen die Fähre bezahlt. Na und? Welchen ist eure Mutter gewohnt? Der Typ ist ein Gigolo. Wie ich euren Vater kenne, trägt sie auch die Hotelrechnung für seine Liebesnächte. Und nicht nur das, sie hat ihm auch den Flug spendiert. Den Flug hierher? Ich... Da haben die sich ja schon in Deutschland... Sie hat ihn abgeschleppt. Und er lässt sich alles zahlen. Ihr auch. Ich schätze nur, ihr zahlt es ihr in geringerer Wert zurück. Verstehst du nicht. Sie bezahlt für ihn. Sie hat ihn gekauft. So richtig? Ja. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Oma. Ah. Das ist wie im Märchen. Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schluss jetzt. Achtung! Halt dich Liebe fest. Bravo! So. Raus aus dem Boot. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Wer? Ich? Du auch. Genau. Wir hätten uns anmelden sollen. Die Deutschen. So sind sie. Schlafen bis Mittag. Dann macht ihr mir Kaffee, hm? Ja. Bei, bei, bei. Rein mit euch. Wer kann denn das sein? Wo ist das Messer? Wie soll ich Brot schneiden ohne Messer? Lass mich mal dran. Lass mich mal dran. Die tun so, als wenn ihnen das alles schon gehört. Kaffee. Buongiorno, Signore. Haben Sie gut geschlafen? Hatten Sie den linken Schuh mit der rechten verwechselt und beinah... Beinah, ja. Ich hoffe, du würdest mir in die Arme fallen. Lass das, Enrico. Aber darum geht es. Nur darum. Hör auf dich. Was du fühlst. Nicht auf sie. Ich muss jetzt gehen. Du kannst nicht gehen. Nicht so. Ich liebe dich, hörst du. Du hast mich lieber genommen. Aber ich dich schon immer. Ich liebe deinen verträumten Blick morgens, wenn du die Zeitung holst. Schliesse meine Augen und seh dich. Liebe dein Schnuppern am Kaffee, bevor du trinkst. Nicht, Enrico. Lass das. Ich bin verheiratet. Verstehst du? Und jetzt fällt dir das ein? Jetzt? Ja. Ja. Es war sehr schön mit dir. Aber es war nur eine Affäre. Ja? Es war nur eine Affäre. Nur eine Affäre? Okay. Aber wenn du jetzt gehst, musst du mir eins versprechen. Komm nie mehr zurück. nicht zurück. Du bist der nicht zurück. Oh! Barbara, mein Lieben, meine Einzige. Ich habe die Hölle durchlebt. Ich wusste ja nicht, wo du bist. Es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich habe die Hölle durchlebt. Da! Das muss die Familie sein. Madonna, Sie haben schon ihre Familie geholt. Er meint es ernst. Mario! Mario! Hey! Guarda! Ja, c'est. Sie haben ihre Familie geholt. No. Wir müssen sie einladen. Nein. Enrico mag das. Jetzt verstehe ich, warum er nicht unterschreibt. Die Deutsche hat Geld. Sie kauft die Villa und er zahlt uns aus. Ja? Moment, bitte. Ja? Verstehe. Hier. Ja, schon gut. Danke, Umi. Was ist denn? Ich habe sie verhauen. Ich habe Strafrecht schon wieder verhauen. Ich schaffe dieses beschissene Studium nie. Denk nicht drüber. Enrico! Amüsierst du dich gut? Doch. Ja. Macht Spass, was? Was denn? Was denn? Meiner Familie so zu imponieren? Sie zu verführen? Oh sehr. Vor allem deine Töchter. Ich bin da ganz wie dein Mann. Ich fresse kleine Mädchen. Für mein Leben gern. Das wäre angemessen. Hm? Wofür? Für deinen Geburtstag. Da gibt es zum Nachttisch die echten Delizier-Alemone. Das ist mein Geburtstag, Marie. Es reicht. Du kannst dein Essen sonst wohin stecken. Das doch. Auf. Total süß. Hoppsel. Schon probiert? Hm. Wie fallen wir denn jetzt eigentlich in deinen Geburtstag rein, Mama? Gehen wir heute Abend essen oder kochen? Essen. Ja? Ah ja. Essen muss ich mit euch. Aber kochen darf ich alleine. Wie wunderbar erdrücken dir doch alle seid. Ich habe euch nicht gebeten, mir meinen Geburtstag zu vermasseln. Allein wollte ich sein. Hört ihr? Alleine. Ihr könnt mich alle mal. Und du mich auch. bis zum nächsten Mal. ganne. Vielen Dank.